ja meine damen und herren liebe therapeutinnen und therapeuten nicht begrüße sie im österreichischen land sozusagen was ich sehr schätze und heute aus berlin sozusagen live aus meinem studio das ich mit 70 nochmal aufgemacht habe weil ich gedacht habe es wäre gar nicht schlecht dass man vielleicht zu der parasitologie noch oder infektologie noch ergänzende dinge für die therapeuten aufbereitet denn ich habe immer noch festgestellt und da bin ich ganz eins mit dem wunderbaren professor aua und professor asböck das sind so die lichtgestalten aus meiner sicht in der österreichischen infektologie und noch parasitologie wir sind uns einig gerade habe ich auch mit professor auert dass wir eben unbedingt noch mal den fokus legen müssen auf die infektologie und auch parasitologie und er hat damals in berlin im hotel in steglitz einen seiner wunderbaren vorträge halten die auch mal sehr gut bebildert sind und er ist ja wirklich parasitologe von altem schrot und korn will ich mal sagen und er hat damals appelliert an die studenten kümmert euch kümmert euch das ist ein wunderbares thema denn kaum jemand interessiert sich ernsthaft dafür leider ist dieser aufruf eben halt kaum befolgt worden wir sehen allerdings heute im internet nachdem ich also wirklich durch gestartet bin noch mal und damals auch schon ja für dietrich klinger hat viele vorträge gehalten hat wenn er seine veranstaltung gegeben hat in berlin oder an anderer stelle oder ich natürlich heute auch für biovis unterwegs bin und dann teilweise mit burkhard schütz oder auch den anderen lieben kollegen zusammen dinge zusammenstelle die weit über den darm hinausgehen die also in tief in die parasitologie gehen und die infektologie und da ich das glück hatte eben eine ausbildung zu genießen in england zweimal auf bundesstipendium der bundesregierung in einmal im hospital for tropical diseases das ist das führende hospital eigentlich der welt was drogmedizin und infektologie nach auch nach altem wirklich gutem lehrbuch und auch mit hervorragenden kollegen betreibt und ich hatte das glück eben damals ihren wort rauf dem großen professor der infektologie und drogmedizin noch kennenzulernen der war mein lehrer und dann später war ich auch noch in liverpool und hab da die in bell kennen gelernt beide sind schon verstorben viel zu früh wie ich finde war noch gar nicht so alt und die und bell war auch einer der ganz großen hat lecture notes for tropical medicine geschrieben sozusagen direkt live aus seinen wunderbaren vorlesungen und wir haben damals eben halt aus 50 verschiedenen ländern glaube ich war es haben wir damals drogmedizin gelernt das war eine ganz ganz spannende geschichte und viele viele fallbeispiele und auch sehr gute erzählung sind wir noch durchaus im gedächtnis und wir wollen heute mal so eine kleine tour de force machen da ich ja noch mal mit 70 auch noch eine praxis eröffnet habe eigentlich 2009 10 und war da ganz zufrieden mich ausschließlich auf die parasitologie und infektologie zu konzentrieren die sich ja in der welt die sie kennen nämlich die welt ihrer patienten oft etwas anders darstellt das heißt wir verkennen auf den patienten der eben halt gar nicht wie so ein parasitologisch infektologischer patient daherkommt der kann ja zum beispiel mal wechseljahresbeschwerden haben und was steckt denn dann für ein parasit dahinter vor allen dingen dann ja für mich auffällig wenn man zehn jahre als frau wechseljahresbeschwerden hat dann kann ja irgendwas mit dem gynäkologen stimmen und das sollte einem dann auffallen und dann sollte man natürlich gewisse schlüsse ziehen wir werden heute ein klein wenig darüber hören ich glaube also wir müssen wieder zurück zu der alten traditionellen infektologie und auch parasitologie da gibt es wunderbare lehrbücher die einen daran führen aber die werden heute kaum noch verlegt oder auch nicht mehr gelesen teilweise sind sie auch nicht mehr in den archiven erhältlich oder auch antiquarisch nicht mehr zu kaufen selbst im internet nicht deswegen glaube ich es tut not dass nicht nur ich sondern auch von später noch werde ich darüber reden kollegen die interesse daran haben die auch vielleicht patienten wiedererkennen und wir haben auch viele rückmeldungen natürlich von unseren therapeuten nicht ausgebildet habe inzwischen weil ich mittlerweile eine online fortbildung anbiete die es uns ermöglicht auch von wien aus oder wo auch immer man sitzt salzburg oder die vielen schönen anderen städten in österreich oder natürlich auch woanders in europa ein kurs mitzumachen der einen wieder auffrischt mit dem was man weiß oder vor allem neue spannende dinge unter völlig anderen aspekten als sie normalerweise auch in den lehrbüchern oder auch in den vorlesungen an der universität zu hören sind einfach nochmal neu darstellt und wieder freude und spaß macht eben bestimmte patienten ganz anders zu diagnostizieren und zu therapieren also in diesem sinne starten wir heute mal ich würde sie bitten ihre fragen nach dem vortrag an mich zu richten dafür ist dann auch noch zeit genug wir haben das alles so getaktet dass wir also ausreichend zeit zur verfügung haben die vielen fragen auch sehr detailliert zu beantworten ja beginnen wir zunächst mal mit mir ich bin selbst arzt heißt rolf jansen rossek und habe diplom in drogmedizin und hygiene gemacht wie ich gerade berichtet habe an universität liverpool bin also auch noch umweltmediziner geworden habe mich von anfang an sehr früh eigentlich mit der medizin beschäftigt wollte aber gar nicht mediziner werden sondern wollte eigentlich astrophysiker werden und auch das beispiel das gute beispiel einer frau im hause die sie gleich sehen werden hat mich erst nicht überzeugt medizin zu machen später als ich aber dann viel in die sterne geguckt habe habe ich begriffen die sterne die kann man betrachten aber sie sprechen nicht mit mir und da ich recht kommunikativ bin eigentlich als rheinländer geboren in düsseldorf habe ich mich dann doch entschieden also in die medizin zu gehen und mir geht es um ursachen beseitigung statt symptomunterdrückung bei chronischen erkrankungen da ich glaube und das werden sie auch sehen heilung ist möglich chronische infektionen als ursache chronischer krankheitsbilder müssen wieder neu in den fokus kommen und früh habe ich also schon begonnen eben halt mich auch mit den fremden bereichen sozusagen den nachbarbezirken der wissenschaft zu beschäftigen der biologie der veterinärmedizin der physik und auch der chemie die ja nur ein kleiner teil unserer ausbildung leider darstellt viel zu wenig um wirklich die entsprechenden zusammenhänge auch zu begreifen wir haben dann vor über 23 jahren wissenschaftlichen verein gegründet parasitus ex genannt sind gemeinnütziger verein zur erforschung von infektionskrankheiten bei hund und katze wir haben tausende aber tausende von hunden und katzen untersucht übrigens interessanterweise genau mit demselben spektrum was für mich heute in meiner praxis und später vielleicht wenn sie als therapeuten interesse haben am kurs teilzunehmen auch für sie dann ganz klar im fokus stehen das sind also die zoonosen die erreger die von mensch auf tier und von tier auf mensch übertragen werden können anthropo zoonosen nennt man sie auch später hatte ich das glück dozent mal zu werden im studiengang gesundheitswissenschaften an der internationalen privaten universität in wachschau meine urgroßmutter und meine großmutter hätten sich gefreut die waren mich beide polinen das ist auch der teil ross ex sozusagen in meinem namen der hat polnischen ursprung hier sehen wir die frau die mein leben schon massiv beeinflusst hat schon dadurch dass ich als kind in ihre augen schauen wollte und es war nur eins da dass meine mutter und ärztin aus überzeugung war mal wunderbare artikel über sie in der zeitung und ich habe mich damals gefragt und habe sie auch gefragt sagt wie kommt das dass du nur ein auge hast und da ich etwas betrübt darüber war weil ich sah dass alle meine anderen neben schüler mitschüler eben halt mütter hatten die zwei augen hatten wollte ich das natürlich genau wissen und erst mal hat sie mich getröst und hat gesagt versucht mir doch mal bitte in beide augen zu schauen gleichzeitig das ist mir da misslungen sagte siehst du kommst doch mit dem einen auge was ich habe aus sehr kluge frau von über 160 die also nicht sich habilitiert hat mit ihrer doktorarbeit sondern einfach damit zufrieden war dass sie eine promotion geschrieben hat über die physiologische pathologie in der schwangerschaften hochinteressantes thema will ich jetzt hier nicht darauf eingehen kann man mal nachlesen aber das interessante war sie hatte nur ein auge und die ursache dafür war eine toxoplasmose die meine großmutter bekam als sie in der vulnerablen zeit der schwangerschaft war und das hat dann dazu geführt dass das linke auge verkümmert war so war ich also schon als kleines kind mit einem bein in der parasitologie später ist sie dann gestorben an der bachdonellose eine der vielleicht heute wichtigsten erkrankungen die man kennen muss die katzen kratzkrankheit bachdonella hänsel und quintana sind also häufige begleiter meiner patienten leider auch begleiter auf dem weg in die psychiatrie denn die machen teilweise auch schwere psychosen und da werden wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen und später können wir dann auch noch detailliert darauf eingehen also hier war für mich klar hier ist irgendwas besonders gibt wohl parasiten die meiner mutter ihr auge wegfressen können das ist ja schon gruselig aber ich habe dann durch kenntnisse die mir meine mutter auch dann vermittelt hat in den ersten jahren ich habe also aus weit vor der schule schon hygiene gelernt und solche zusammenhänge eben halt weil sie die ganzen vorlesungen ihrer lehrer im kopf hatte und mir die auswendig vortragen konnte das war schon eine kleine uni auf zwei beinen zu hause allerdings mit einem auge ja ich will einen neuen weg eigentlich gehen das ist eigentlich ein alter weg es geht wirklich um die heilung es geht also darum möglichst mit den möglichkeiten die wir heute als therapeuten haben oder die uns die guten labore zum großen teil bieten oder die uns die labore bieten die wir selektiv eben herausgefiltert haben in den letzten jahren denn es gibt immer noch labore die können vieles nicht die wollen vieles nicht die machen vieles nicht und manches machen sie auch nicht zuverlässig so haben wir also den weg beschritten über unsere patienten teilweise aber auch in eigeninvestitionen aber auch durch die erkenntnisse die ich hatte aus unserem forschungsverein wo wir ja ein eigenes labor seit jahren betreiben mit eines der da würde ich mal sagen modernsten kleiner bohr in europa für diese zwecke also zur diagnostizierung von bakteriellen aber im wesentlichen parasitären erkrankung für meine neupatienten gibt es kontaktformulare aber leider kann ich gar keine neupatienten mehr annehmen wir haben also seit einiger zeit die praxis schließen müssen weil eben durch meinen auftritt im internet die nachfrage so riesig geworden ist dass wir und das war auch der grund warum ich das netzwerk gegründet habe gezwungen waren den weg nach außen zu wählen über die entsprechenden therapeuten die wir jetzt ausgebildet haben und wir haben auch einen therapeutenfinder mit dem man sich per postleitzahl sozusagen durch deutschland oder teilweise auch durch europa klicken kann um daneben patienten direkt verweisen zu können an den kollegen der bei mir die ausbildung gemacht hat alles das sind wichtige dinge wir können im moment keine neue patienten mehr aufnehmen da ich vor allen dingen auch sehr intensive auslandsreisen mache und sehr viele eben videos noch drehe und eigene studio arbeit eben halt mit meinem ganzen team eben mache die praxis heißt die med praxis das steht für systemmedizin ich habe schon mit kollegen zusammen im truppeninstitut in berlin auch publiziert immunodagnosis of human anisarkiasis haben wir mal publiziert das ist also der herringswurm da ging es darum dass wir eben halt gefunden haben dass in den rollmöpsen zum beispiel noch lebende würmer drin sind das heißt wenn man also dann in entsprechende supermärkte geht kann man sich die rollmöpse besorgen man kann sie dann auf einen damaligen dia betrachter legen kennt den vielleicht noch und dann sieht man plötzlich die würmer in den entsprechenden rollmöpsen wir haben die dann mit der stricknadel rausgeholt haben die ein entsprechendes medium getan und dann leben die wieder und geben auch bestimmte antigene ab also bestimmte proteine die wir dann hinter genommen haben um eine nachweismethode zu schaffen und konnten dann antikörper bei diesen patienten die betroffen waren die konnten wir eben halt finden leider hat die fischindustrie da uns ein strich durch die rechnung gemacht wir mussten dann hinter diese versuche noch die diagnostik einstellen dann gab es auch noch über trichien viel zu sagen und wir haben da besonders nach untersucht eine studie haben eine kohorten studie da gemacht und haben dazu viele dinge herausgefunden vor allem war für mich am wichtigsten die erkenntnis dass die patienten noch nach 10 15 jahren enorme beschwerden haben leider hat uns das keiner abgenommen das hieß also die patienten simulieren aber in wirklichkeit werden offensichtlich noch durch die immer noch lebenden larven stoffe abgegeben die immunologische wirkung haben und den patienten eben dann so etwas ähnliches wie eine fibromyalgie machen teilweise aber auch lokalisiert insbesondere nacken muskulatur gesäß muskulatur oberschenkel muskulatur sind da sehr stark betroffen und die patienten sind durchaus auch noch nach vielen jahren krank also das ist eine infektion die darf man nie eigentlich haben deswegen verbietet sich in jedem fall das schon mal vorab eben hohes schweinefleisch zu essen ja also was man als med bezeichnet ist dann ist immer noch in deutschland sehr beliebt ich glaube in österreich zum großen teil auch also da muss man aufpassen denn wir haben auch eben gesehen wie einige ausbrüche passiert sind die eben halt zu 45 oder 600 erkrankten geführt haben einige sogar sind gestorben und diese menschen haben bis zu ihrem lebensende eben beschwerden die wir auch nicht beseitigen können sei wir seien wir noch so gut als therapeuten und seien wir noch so gut mit der diagnostik oder mit der therapie da ist dann nichts mehr zu machen wir wollen heute über die begriffe definitionen parasiten noch mal nachdenken wir wollen fallenbeispiele uns angucken wie sehr spannend sind die vielleicht für sie erstmal ungewöhnlich sind was die interpretation angeht und wir wollen sehen hinter welchen chronischen krankheitsbildern sich unter umständen auch chronische infektion verstecken können was viel häufiger ist als wir denken chronische infektion sehen wir als übergeordnete ursache nämlich vermeintlich zuvor als ursache identifizierter infektionsfolgen chronische infektionen ist oft eine tickende zeitbombe auch bei dir kann man sagen oder bei deinen verwandten wir gehen noch mal auf die grundlagen der labor diagnostik ein wir gucken noch mal die fallstrecke auch an was kann man falsch machen sollte man aufpassen und dann typische befunde die sie auch bei ihren patienten zu sehen und später dann auch interpretieren können und wir haben den blickwinkel auf die infektion und wir müssen die auch erweitern noch dann gibt es bei uns mittlerweile informationskanal rolf jansen rostig auf telegramm und wir haben auch ein newsletter und natürlich die eben schon erwähnte online fortbildung für ärzte zahnärzte heilpraktiker und andere therapeuten wenn wir glauben dass egal was man jetzt verschreiben kann oder darf oder soll dass eben halt wir im gesamten bereich aller therapeuten eben die kenntnisse wieder auffrischen müssen wir müssen auch wenn jemand zum beispiel osteopath ist wissen als osteopath wenn jemand dauerhafte schmerzen hat dass man mit ihm in dialog kommen kann und vielleicht mal über seine beschwerden redet und nicht nur eben halt seine osteopathischen fähigkeiten und seine goldenen hände walten lässt sondern dass man den patienten auch während des dialogs gewisse hinweise geben kann auf mögliche parasitosen infektionen das ist überall noch nicht so richtig im fokus und das wollen wir ändern teil soll eben diese forschung oder diese fortbildung meine ich jetzt hier dazu beitragen parasiten stehen bei mir im fokus und wenn wir dann schauen was da alles so zählt eigentlich übergreifend die viren natürlich die pilze dann natürlich die protozonen die einzeller die auch eine sehr dominante wirkung haben auf das immunsystem das darf man nicht vergessen wird immer wieder übersehen die metazonen die mehrzeller natürlich das sind die klassischen parasiten die fast jeder kennt wer kinder hat weiß dass man mal die madenwürmer gesehen hat und manchmal hat man auch das glück in anführungsstrichen dass man man asker ist ein spulbum der ja wesentlich größer ist in der toilette sehen kann und die kinder sind dann ganz entsetzt manche erwachsen sind auch immer noch entsetzt aber das sind halt dinge die uns begleiten und ich denke also an den einen professor der tropenmedizin in liverpool der gesagt hat kinder braucht nicht in die tropen zu fahren schaut einfach nur aus dem fenster da habt der parasiten genug er hatte wohl recht und wir sehen auch das gibt einige auch rotis zum beispiel professor rotis in amerika hat immer wieder darauf hingewiesen dass wir natürlich sehr viele parasiten auch hier haben bei unseren patienten und wir sehen natürlich durch die reisetätigkeit der patienten ich bin ja noch reisemediziner kommen dann aus den entsprechenden endemiegebieten wieder bringen die parasiten mit wir haben natürlich heute auch viele die die parasiten gleich mitbringen also infizierte personen wir haben also die sozusagen migration auf der luxusseite und die migration auf der fluchtseite sozusagen und dadurch hat sich natürlich auch vieles verschoben also die parasiten sind immer wieder im fokus und sie sind so häufig dass man sich immer wieder fragt was machen die anderen kollegen die sich gar nicht darum kümmern nehmen wir mal erstes fall beispiel patientin 35 jahre alt hat chronische müdigkeit was ja sehr sehr häufig bei ihren patienten sich es haben häufige durchfälle ist auffällig blähbauch charakteristisch übrigens laktoseintoleranz glutenunverträglichkeit und histaminintoleranz gerade die dinge die sie natürlich alle so direkt als therapeuten ansprechen der eine ist mehr oder weniger auf darm fixiert wir wissen der darm hat eine zentrale rolle und wir wissen aber auch diese intoleranzen spielen für die patienten eine ganz große rolle was steckt dahinter verdachtsdiagnose für mich persönlich ganz klar das dritte symptom was hier angegeben ist der blähbauch da weiß ich schon gleich die patientin muss mit großer wahrscheinlichkeit ein hund haben und die hat eben eine lamblin infektion haben der intestinalis heißt der einzelne parasit der eben überaus häufig ist haben über 80 prozent unserer patienten ihre auch aber sie haben es noch nicht feststellen können das heißt wir gehen jetzt davon aus wir schicken dass ihnen ein bekanntes labor und gucken mal was da gemacht wird da werden ja heute pcr untersuchungen macht heute nach corona jedem bekannt auch den laien unseren patienten jeder weiß was eine pcr ist das sind also eben halt die versuche aus einem stuhl in diesem falle die entsprechenden anteile des parasiten nachzuweisen mit sehr interessanten sonden die heute sehr spezialisiert sind wir sehen ja die aufzählung lasst ist es hominis ist untersucht von jahr der land ja die an der überfrage lese hinter mir bei histolytica sehen wir gar nicht so häufig dann aber auch die zyklospora und auch die kryptosporinien wir sehen aber der verdacht den ich ausgesprochen hatte aufgrund des blähbauches nach dem hund habe ich noch nicht gefragt dass eben jahr ja negativ ist wie ist das möglich ja eine pcr ist dann gut wenn sie positiv ist aber nicht dann wenn sie negativ ist und das ist kein ausschluss das ist das wichtigste was man hier erst mal zu sagen muss die pcr untersuchung die darf man nicht überschätzen ja wir wollen also der sache nachgehen weil uns eben der verdacht ganz hoch steht dass eben hier doch durch den blähbauch bedingt oder auch die anderen symptome kommen gleich darauf zu sprechen wie die sich auch begründen möglicherweise durch die alamme der verursachte ist wir gehen also einen schritt weiter das wäre jetzt der schritt den sie gehen würde erstens sofort kuhmilchprodukte dürfen nicht mehr konnte konsumiert werden ist amin halt die lebensmittel sollen aus dem speiseplan gestrichen werden gerade der schöne rotwein oder natürlich auch der portwein der er aus über 40 rotwein verschnitten ist sozusagen der lte enthält große mengen an histamin glutenhaltige nahrungsmittel werden sozusagen vom speiseplan auch gestrichen ja was soll der patientin am ende alles noch konsumieren da bleibt nicht mehr viel und viele ärzte sind ja da sehr streng ich eigentlich gar nicht bin großzügig und sage also es das was ihr vertragt und wir werden erstmal gucken wir damit klar kommt und wir werden vor allen dingen und das ist der aspekt ja der hier so wichtig ist gucken wenn wir irgendwelche parasiten finden ob die möglicherweise in zusammenhang herstellen können zwischen euren unverträglichkeiten und wir schauen dann eben halt mal in ein anderes labor da wird eben halt nicht nur die pcr gemacht im stuhl sondern wir können hier antikörper bestimmen antikörper gegen die alamia die obwohl diese jahre wie sie sicher wissen aus ihrer ausbildung noch gar nicht so invasiv sind wie zum beispiel enteim über histioglutica schon im namen sieht man ja die aggressivität sozusagen und enteim über histioglutica kann aus dem darm auswandern den damen die darmwand penetrieren hinterlässt natürlich dann entsprechende sporen im immunsystem das macht ja ja nicht wie kommt es dann trotzdem dazu dass wir antikörper sehen in diesem fall also auch die igg fraktion und da muss ich auch ein bisschen aufräumen mit den alten vorstellungen dann hieß immer igg ist alt wie bei röteln zum beispiel wir reden aber hier von parasiten das noch was anderes also spezielle einzelne parasiten jeder erwartet jetzt igm das erwarten wir nicht mehr dabei in unserem forschungsverein lange studien gemacht haben wo wir eben die hunde zum beispiel alle vier wochen untersucht haben und dann sieht man ein wunderbares kunterbuntes auf und ab von igg und igm über ein zwei jahre sogar so dass wir uns an diese traditionellen vorstellung hier nicht mehr halten können zumindest im bereich der parasitologie beurteilung also dieser pcr befunde ist von entscheidender bedeutung das was man im stuhl natürlich finden kann das wird auch in der pcr nachgewiesen aber das problem ist eben halt wenn die lamblin oder andere parasiten noch leben dann sitzen die nach oben und landen gerade die haben eine sehr starke haftung an ihrer ventral seite haben sie so einen kleinen dorn sozusagen da haften sie sich in die schleimhaut an und bleiben da auch sitzen solange die leben kommen die gar nicht unten an wir sehen hier rechts etliche stuhl proben wir haben das in den letzten jahren so optimiert dass wir drei stuhl proben in eine einröhrchen packen früher war es ja so dann kamen die patienten ins tropeninstitut mussten dann montags mittwochs und freitags stuhl abgeben das geht bei unseren patienten gar nicht mehr weil die reisen nur einmal von sehr weit an die kommen ja aus allen möglichen ländern auch europas oder weit aus deutschland zu mir nach berlin oder auch mittlerweile zu den anderen kollegen und dann ist es in jedem fall besser wenn man sofort alle blutproben abnimmt und dann natürlich auch möglichst aus einer stuhl probe eine bessere aussage machen kann und dann potenziert man das sozusagen ist praktisch eine anreicherung eine indirekte indem man eben halt drei stuhl proben in ein röhrchen bringen lässt und hat man eine höhere ausbeute aber muss noch mal zu sagen wenn eben da gar keine lampe die ankommt denn die leben unter umständen alle noch die wissen ja wenn sie tot sind dann ist es vorbei oder wenn sie sozusagen lebend in den stuhl kämen dann ist ja praktisch ihre art gefährdet und das muss man immer überlegen wenn man mit parasiten zu tun hat man muss sich immer in deren lage versetzen die wollen überleben die haben über die evolution viele tricks gelernt die wir nicht beherrschen und wir können uns eigentlich als mediziner die wir nur paar semester studiert haben nicht mit der evolution messen das darf man nie vergessen das heißt das survival of the fittest hat hier stattgefunden die sind wirklich clever und die nutzen uns schonungslos aus die wollen ihre art erhalten und wollen sich vermehren und manchmal wie gesagt lassen sich im stuhl gar nicht erst nachweisen weil sie gar nicht angekommen sind da unten und noch eins ist wichtig bei der pcr die pcr hat eine gewisse sensitivitätsgrenze wir sagen bei den parasiten immer in einem milliliter blut müssen mindestens über zehn erreger sich befinden um die pcr positiv zu machen leider ist bei vielen chronischen infektionen insbesondere der bakteriellen art aber auch parasitieren art diese zahlen nicht vorhanden so dass oft pcrs negativ sind das hat uns im verein dazu geführt dass wir bei den hunden gar keine pcr mehr machen weil die oft nicht verlässlich ist weil die chronischen infektionen des blutes insbesondere hier keinen nachweis ermöglichen was lernen wir also jahr der lamm der infektionen können bei positiven pcr sicher nachgewiesen werden bei negativer pcr doch nicht ausgeschlossen werden das ist der kernsatz den man sich merken müssen antikörpertests können die diagnostik bei der negativen pcr unterstützen und sie von ergänzen wir gehen grundsätzlich davon aus dass wir bei negativer pcr immer die antikörper bestimmen infektionen können hier in diesem fall auch zu erschöpfungszuständen führen die machen insbesondere viel blähung die lamm den fast immer also ich habe fast noch gar keinen patienten gesehen der lamm den hat der kein bläh bauch hat und das was ich eben schon angedeutet habe dass es doch zusammenhänge zwischen der kausalität gibt die die parasiten verursachen und die dann zur laktose glutenunverträglichkeit und auf fruktose intoleranz führen können das bedeutet wenn wir die patienten adäquat therapieren in diesem falle dann ist die glutenunverträglichkeit weg ist die fruktoseintoleranz weg und auch die laktoseunverträglichkeit die ist dann plötzlich verschwunden und wir können den patienten dann von dieser strengen diät wieder erlösen ich sage immer bevor ihr jetzt großartig eure diät umstellt lassen wir erst mal gucken ob parasiten die ursache sind was nicht immer der fall ist aber immer häufiger sehen wir das und dann können wir den patienten natürlich schon wieder entlassen und er glaubt auch dann nicht mehr dass das eben genetisch bedingt ist das ist für uns persönlich heute gar nicht mehr so häufig für sie ist das überraschend aber ich glaube das sollte man sich merken und da sollte man seinen patienten auch die unterstützung gönnen durch eine differenzierte diagnostik patientin 44 jahre alt wir sehen hier schon größer haben wir angegeben und gewicht also die ist deutlich untergewichtig hat nämlich eine essstörung sie hat auch ein brechen sie hat gewichtsverlust sie hat auch wieder blähungen sie hat wechselnde stuhl konsistenz und manchmal auch wechselnde stuhlfrequenz was vermuten sie was könnte das sein schauen wir mal wir sind wieder bei dem selben parasiten wir sind bei charlie lamblia wir haben wieder versucht im stuhl mit der pcr eben was nachzuweisen ebenfalls haben wir wieder negativen befund wiederum sind wir veranlasst die antikörper zu bestimmen was gucken wir uns an des igm in diesem falle hier ist die fraktion des igm mal positiv in 1 zu 32 durchaus schon ein deutlicher titel wir haben bei uns für die hunde etwas andere cut off sozusagen hier liegt der kartoff bei kleiner 1 16 bei uns ist der hund schon bei 1 16 1 10 positiv das heißt wir sehen im bereich der veterinärmedizin viel höhere sensitivität der teste es ist unklar bis für mich bis heute warum das eben halt in der humanen medizin nicht der fall ist das heißt wir verlieren viele patienten weil die praktisch erst mit 1 zu 16 oder größer 1 zu 16 positiv sind hier gilt aber wieder das was ich immer wieder sagen verlasst euch nicht auf die labordiagnostik zu sehr selbst wenn ich jetzt bei dieser patientin nur die symptome hätte und nur entsprechend diese essstörung und so weiter was hier als symptomatik angegeben ist und ich hätte auch noch einen negativen schial der lambia befund in dem ift das sind ja im monofluoreszenz teste die sehr sensibel sind noch sehr spezifisch würde ich trotzdem exevantibus behandeln und das kenne ich übrigens aus aus der praxis meiner mutter da hatten wir ja diese teste überhaupt gar nicht wir hatten kein bio wiss wir hatten die ganzen großen wunderbaren labore nicht werden verschiedene nachweismethoden auch nicht die routinemäßig heute angegeben und angeboten werden und so wurde bei uns meistens exevantibus nach diesem klinischen bild wie auch bei der ersten patientin behandelt und das auch mit erfolg da sollte man sich auch mal wieder darauf konzentrieren leider ist es heute so die krankenversicherer fordern natürlich was ein der kollege der überwiesen hat fordert was ein und der patient selber möchte natürlich auch den beleg den beweis haben also insofern ist noch heute eine etwas andere gemengelage auf die man sich auch einstellt das machen wir auch wir lernen also hier wieder die lambia infektionen können essstörungen verursachen da gibt es nämlich eine wunderbare publikation aus norwegen da ist aufgefallen bei einem größeren ausbruch eben halt dass da auch eine patientin mit essstörungen dabei war die hatte aber eben halt nicht direkt am ausschuss ausbruchs geschehen teilgenommen sondern die hat eben halt offensichtlich wieder hinterher raus kam schon lange die essstörung gehabt und dieser brillante arzt aus norwegen der die publikation gemacht habe kam ob die idee ob möglicherweise da ein zusammenhang sein könnte und siehe da nach der diagnose nach der diagnostik die vorher nie gemacht worden war bei dieser essgestörten patientin fand sich dann die lambiose positiv glaube sogar mit nachweis im stuhl und dann hat man die entsprechend behandelt diese infektion und siehe da die essstörung weg wir müssen also annehmen dass auch über bestimmte immunologische einflüsse die von parasiten ausgeübt werden können insbesondere wenn chronische infektionen vorliegen dass hier bestimmte verhaltensstörungen wie essstörung zum beispiel sich als durchaus verlässlicher hinweis geben können auf eine parasitose wir haben das bis jetzt so nicht gelernt aber die zusammenhänge werden immer offensichtlicher die neuropsychoimmunologie spielt dabei eine ganz ganz große rolle und wir sehen dass durch bestimmte veränderungen im hirnstoffwechsel aber auch was das immunsystem des gehirns angeht neuroglia zum beispiel die aktivierung je nachdem was da für antikörper oder auch autoantikörper zirkulieren kommt es eben halt dann zur verhaltensstörung und wir müssen lernen noch mal infektionen können zumal absorption führen das ist ganz wichtig und damit sind ja auch viele syndrome verbunden mangelzustände verbunden auf die wir später noch mal eingehen können haben wir sehen ein enorm breites spektrum was man noch mal hier aufgelistet sich betrachten sollte und vor allem die sehr schön raster elektronen mikroskopischen aufnahmen auf der rechten seite zeigen wie fast tapetenartig diese erreger insbesondere wenn neu infektionen immer wieder stattfinden man wird ja nicht immun dadurch oder wenn eben eine chronische quelle da ist ich komme auf die quellen gleich nochmal zu sprechen letztendlich dann die gesamte darmwand oft befallen ist und dadurch kommt es zu massiven resorptionsstörungen mal absorption und wir haben eben halt hier auch große probleme was die zusammensetzung der rückstände im stuhl angeht das finden wir nämlich dann zucker und finden häufig fett und das sind auch wenn man jetzt ein mikrobiom macht und das sollte man immer dazu ergänzend machen als untersuchung dann können wir gleich schon sagen wenn fett und zucker im stuhl ist können sie zu 90 prozent davon ausgehen dass eine lamidose da ist auch wenn sie überhaupt noch keine untersuchung auf parasiten gemacht haben also bauch und magenkrämpfe blähbauch blähungen übelkeit auch intervallartig wichtig ja gerade diese parasitische will ich mal sagen änderung diese stuhlfrequenz die mal mehr mal weniger ist oder die stuhl konsistenz die sich ändert immer diese änderungen diese mal kommen und gehen nicht so präzise wie ebbe und flut aber doch ständig die wandlung das ist das parasitische sozusagen oft sind es eben keine stabilen zustände die haben wir er bei bakteriosen oder bei virosen zum beispiel reaktivierten virosen haben wir das dann erbrechen kann sein ist selten aber ist möglich durchfälle hier breich und stinkend oft im wechsel wie gesagt mit normalem stuhl drängender und unbeherrschbarer stuhl dran ist besonders auch nach dem frühstück auffällig müdigkeit hatte ich schon gesagt bis zur extremen müdigkeit auch bis zum müdigkeit syndrom das wird dann als cfs missinterpretiert denn das ist aus meiner sicht kein cfs sondern hier ist ja ganz bestimmter keim in diesem fall ein parasit eben zuständig und dann das was ich schon gesagt habe mal absorption syndrom intoleranzen glutenunverträglichkeit ist damit intoleranz auch wir finden also sehr häufig ist damit im stuhl erhöht das sollte man prüfen weil wir wissen ja eben über die entsprechenden verbindungen zum immunsystem kommt es eben halt auch bei den mastzellen zu einer aktivierung das heißt also viele ist damit unverträglichkeiten intoleranzen sind eben durch parasiten getriggert und wenn man die parasiten erkennt behandelt adäquat dann geht auch auf einmal die histamin intoleranz zurück daran müssen sie immer grundsätzlich denken wir müssen diese ganzen dinge die so klassisch bekannt sind die auch bei den heilpraktikern heute bekannt sind wieder neu deklinieren unter neuen aspekten unter parasitischen aspekten betrachten fieber ist selten kommt aber vor und raritäten sind flora agos erythema nodosum reaktive arthritis also wir sehen häufig allerdings auch schon mal gewisse hautreizungen die sich sonst nicht erklären lassen und wenn man dann die parasitose beseitigt dann sehen wir sozusagen der spiegel unserer gesundheit unseres immunsystems ist die haut und dann verschwinden eben halt auch diese hauterscheinungen und noch mal essstörungen nicht vergessen immer bei essstörungen parasiten ausschließen ganz wichtig im vordergrund stehen sicher die lamblin hier sehen wir die übertragungswege einmal wie sich der hund links infiziert das sind ja die hunde die wir immer wieder in unserem labor haben parasitosex wir beraten die veterinärmediziner und wir forschen wie gesagt über die zusammenhänge wir sehen vor allen dingen das war der anlass der gründung dass die epidemiologie sich geändert hat weil eben jedes jahr nach deutschland zumindest in österreich weiß ich jetzt nicht 1,5 millionen hunde im mittel importiert werden pro jahr nicht in zehn jahren sondern pro jahr und unter coronabedingungen waren es in fast drei millionen das muss man sich vorstellen da kommen drei millionen hunde aus endemie gebieten die mit deutschland gar nichts zu tun haben südfrankreich geht ja noch aber süd portugal süd spanien griechenland aber vor allen dingen aus den maghreb staaten da werden sehr viele hunde eingesammelt oft fährt eine alte dame fährt dann mit einem truck und dem gibt es den bauern ein bisschen backschicht und dann fahren die eben halt übers land und sammeln die hunde ein und dann werden die hinterher ganz schnell husch husch sozusagen der veterinär vorgestellt kommen dann nach deutschland und werden dann hier letztendlich übers internet über irgendwelche ein herz für hunde initiativen verteilt nichts gegen die initiativen nichts dagegen dass man hunde die leiden eben halt aufnehmen sollte aber das problem ist dass eben halt hier nicht adäquat therapiert wird und die hunde schleppen eben dann neue erreger ein die zum teil eben hier nicht endemisch sind aber jetzt endemisch geworden sind und das sehen wir natürlich wir benutzen also die hunde heute als monitor für verschiedene erkrankungen die dann bei menschen auch plötzlich auftreten die einfach direkt wie was ja hier sehen übertragen werden da sehen wir ja mr lamblea der leckt und lutscht natürlich an dem mädchen rum und die finden das auch noch alle niedlich ich finde das auch nicht schlecht ich meine ich habe auch immer hunde gehabt manchmal bis zu drei stück aber erstens sollte man sich nicht belecken lassen und wenn man sich schon belecken das sollte man wissen was dann übertragen werden kann hunde haben immer lamblin so haben fast alle hundebesitzer und deswegen gehört das auch in ihre anamnese immer die frage nach hundehaltung oder hundekontakten ich muss ja nicht unbedingt selber nun haben oder eine katze dann kann ich mir eben halt diese erreger zu ziehen und deshalb übertragung von hund zu mensch ist das normale und das ist eben halt eine zoonose at its best will ich mal sagen und das ist ganz ganz wichtig weisen sie also ihre familien darauf hin und wenn die kinder verdauungsstörungen haben oder die intoleranzen über besprochen haben dann fangen sie immer erst beim hund an ich habe so ein schönes podcast mal gemacht wie man von der katze auf den hund kommt dann kommen wir später vielleicht noch darauf zu sprechen wie können wir uns infizieren kontaminiertes wasser und immer daran denke ich kann mich jederzeit neu infizieren kontaminierte lebensmittel mit fekalien kopf gedüngte salate und so weiter ungewaschenes obst kann sogar so weit gehen dass man eben südfrüchte wie wir das früher mal gemacht haben im truppeninstitut als man uns beibringen wollte wie kommt man denn an die wurminfektion haben wir eben als zehn kilo für südfrüchte abgewaschen haben das abwaschwasser aufgefangen am nächsten morgen dann im großen riesigen erlenmeyer haben wir eine große pipette genommen haben das den bodensatz rausgenommen den entsprechend noch ein bisschen zentrifugiert und dann auch entsprechend angereichert und im mikroskop betrachtet sie glauben nicht was da an wurmeiern sozusagen von den südfrüchten abgewaschen werden konnte denn wenn jemand die apfelsine pflückt und muss man dringend zur toilette auch wenn das ein großes geschäft macht dann geht er nicht noch zur toilette dann macht das um die ecke und dann sind die entsprechenden hygienischen bedingungen natürlich nicht da so gelangen dann natürlich vom stuhl des pflückenden auf die früchte gelangen dann entsprechend natürlich die überträger beziehungsweise die wurmeier und so weiter was wir alles gefunden haben vorsicht beim wechseln von windeln mütter können sich natürlich auch anstecken pingpong effekte gibt es in der familie auch durch asymptomatische ausscheider man muss also nicht unbedingt jetzt symptome haben wie ich die geschildert habe das schwimmen in öffentlichen gewässern insbesondere dann wenn eben halt das oberflächenwasser durch zum beispiel schwere regenschauer jetzt hier kontaminiert wird und das für ein zwei tage ungefähr dann hoch infektiös ist ich habe das selber auch mal erlebt dass wir bei einem triathlon der in berlin gelaufen ist jemand sich infiziert hat der nach einem gewitter eben halt sich in dem gewässer oberflächen gewässer angesteckt hat als der wettbewerb da stattgefunden hat und der ging dann mit einer allerdings listerien infektion gegen der ins krankenhaus und war sehr sehr schwer krank muss darauf intensiv behandelt werden sexualpraktiken sind beim kontakt mit fezes natürlich auch eine möglichkeit sich zu infizieren wir müssen immer wieder auf die sexualpraktiken zu sprechen kommen wir sehen das später bei einem anderen erreger auch noch darüber wird viel zu wenig nachgedacht also zu katholisch sollte man nicht sein sondern wir sind ja schließlich therapeuten die in der verantwortung stehen für patienten die krank sind die möglicherweise auch andere anstecken können ich war lange mal in berlin zuständig für die sexuell übertragbaren erkrankungen auch in der prostitution und so weiter weil ich mal der solchen referent des landes berlin gewesen bin unter anderem auch der umweltreferent weil ich ja beide ausbildung gemacht habe das war eine spannende zeit und da sieht man eben halt sehr viel was man halt in der zeitung nicht jeden tag liest aber wir sind ja therapeuten sind ja auch keine pfarrer wir müssen aber uns eben halt mit dem leben der menschen auch genau befassen denn die parasiten nutzen alle wege auch zum beispiel die wege über sexualpraktiken preventive maßnahmen klar wäsche mindestens bei 60 grad waschen wasser abkochen tötet die zysten chlor jedoch nicht das ist auch wichtig viele überschätzen chlor in diesem fall hier das ist wichtig dass man das erwähnte eigene toiletten natürlich benutzen horribilidicto wie ich mal von meinem hygieneprofessor gelernt habe ist zum beispiel über die toilette nachzudenken in den ICs in den fernzügen oder natürlich auch in flugzeugen wenn man da abklatsche macht dann wundert man sich was man alles so unter dem mikroskop betrachten kann denken sie bitte immer daran dass sie da sehr vorsichtig mit dem berühren der handgriffe und so weiter sind auch der flächen die sind alle hoch kontaminiert gibt es wunderbare untersuchungen zu deshalb wichtig eigene toilette wenn es also gar nicht geht muss man halt darauf achten und sich die hände besonders gut waschen wer will kann sich auch noch handschuhe anziehen ist nicht unbedingt notwendig aber muss das einfach wissen wc sitzt natürlich wasserzug spülknopf all diese dinge sind kontaminiert und gehören eigentlich desinfiziert und ich sehe das eben in meiner familie häufig dass mit dem ellenbogen die tür aufgemacht wird und nicht mit der hand also sogar meine beiden söhne haben das ganz früh gelernt eben solche türen grundsätzlich nur mit dem ellenbogen zu öffnen und auch mit dem fuß dann wieder zu schließen umkehrosmoseanlagen entfernen die lammenden zysten das ist wichtig die sind sowieso wichtig die umkehrosmoseanlagen da könnte man nochmal ein ganzes webinar zu machen weil das von großer bedeutung ist aus verschiedenen gründen aber hier speziell die zysten werden dann zurückgehalten es gibt keine immunität ich habe es schon gesagt sie können sich jederzeit insbesondere ihren hund wieder anstecken den hund zu diagnostizieren und zu therapien ist vollkommen sinnlos denn spätestens sie haben sie eben ja gesehen wie er im wasser gelegen hat und an der füße schleckt ist er nach zwei drei tagen wieder infiziert das ist rausgeworfenes geld man muss halt die hygieneregeln einhalten denn der selekt sich den after da sind die zysten dann sind die zysten auf seiner zunge dann leckte sich das fell und sie streichen den hund und schon läuft das fekal oral ab und so fest ist des hundes natürlich dann in ihrem magendarmtrakt wasser aus versiegelten flaschen zum trinken und zähneputzen verwenden ist wichtig in tropen ja sowieso aber uns ist auch nicht ganz unwichtig selbst versiegelte petflaschen sind in manchen ländern kein garant für sauberes wasser nicht da teils keinerlei produktionsstandards existieren und man weiß wirklich gar nicht wo die quelle ist wer weiß wo die das abgefüllt haben ich habe selber erlebt wie man auch auf mein geheiß hin die eiswürfel eben halt nicht akzeptieren wollte beziehungsweise ich gesagt habe ich hätte gerne ein drink ohne eiswürfel dann kam der mit eiswürfel und ich habe den dann hinterher erwischt hinter der bar hatte dann mit der hand einfach die eiswürfel aus meinem drink rausnehmen wollen wollte mir den wieder servieren achten sie auf solche sachen mittlerweile muss man da auch bei uns in deutschland darauf achten ist ganz wichtig 70 prozent ihrer und meiner patienten haben eine chronische jahr der lamm der infektion mit allen risiken und folgen das kann man einfach so pauschal sagen wenn ich auch jetzt keine exakte statistik dazu habe aber die lamm sind einfach viel viel häufiger als wir denken deswegen einfach mal mit auf aufnehmen in die betrachtung der symptome als abklärung differenzial diagnostisch mit den möglichen untersuchungsmöglichkeiten die wir haben also einmal den stuhl untersuchen direkt kann man machen das wird aber heute in der mangelung von guten mta's die das ja am mikroskop machen können leider nicht mehr gemacht ist auch sehr sehr zeitaufwendig dann haben wir eben die pcr die das ersetzen kann aber sie ist nicht allwissend sozusagen und deshalb bleibt uns dann was auch wichtig ist weil oft ja eine chronische infektion vorliegt ist die chance also antikörper zu finden noch wesentlich größer als wenn das jetzt eine spontan infektion wäre die wir ja meistens gar nicht sehen denn wenn sie den bläber haben dann haben sie eine chronische infektion wer das nachlesen will cfs und reizdarmbeschwerden lamm den infektionen sehr schöne arbeiten hier gemacht worden sollten sich angucken sie bekommen ja den skript zur verfügung hier reizdarmsyndrom wieder und cfs drei jahre nach einer lamm den infektion auch hier sehen wir oft lange folgen die bis jetzt auch noch einer erklärung bedürfen denn das ist nicht immer ein therapie vorsagen was hier eine rolle spielt sondern sind offensichtlich auch noch immunologische konsequenzen die eben viele patienten auch nach der therapie das war in der studie die in norwegen gelaufen ist sichtbar dass da eben viele leute nachhaltige beschwerden hatten über mehrere jahre das muss man nochmal abklären in jedem fall darauf achten vermeiden oder daran denken ob es wieder eine neue infektion ist ob man nochmal therapieren muss und teilweise sind auch die therapeutischen strategien nicht ganz verlässlich und wir müssen heute von gewissen resistenzen ausgehen also das bedarf noch mal einer besonderen betrachtung und man darf sich eben nicht auf das einmalige geben von irgendeinem antiparasitikum verlassen jetzt kommen wir zum fall 3 das ist ein patient 48 jahre alt der imponiert mit müdigkeit besonders postbranial wichtiges wichtige erkenntnis postbranial hat übelkeit hat magenbrennen hat unverträglichkeiten hat auch durchfall gelegen interessant dass auch prostatabeschwerden hat hat nashimoto er sagt dies gut eingestellt hat nährstoffmenge aminosäuren mineralstoffe vitamine also im grunde die routine was hier häufig sehen was könnte das sein verdacht hier bin der magen so ein bisschen im spiel ist eigentlich helicobacter schauen wir mal was war ein bisheriger diagnostik bei den patienten gemacht worden der kommt also an dreimal gastroskopie alles negativ heißt dann immer typ c gastritis und dann sagte nie magen brauchst du nicht zu kümmern helicobacter habe ich nicht ich sage willkommen sie auf die idee ja wir haben ja schon beim gastroenterologen alles untersuchen lassen gastroskopie ist gemacht worden und da brauchen sich jetzt nicht mehr darum zu kümmern dann gucke ich mir an uriase schnelltest ist negativ gewesen dann haben wir antigen im stuhl ist negativ dann haben wir manchmal sogar c13 harnstoff atemtest der auch gar nicht so schlecht ist aber war negativ und antikörper auch negativ was machen wir jetzt gehen wir von der verdachsdiagnose ab ich würde es nicht sagen das grund meiner erfahrung nicht der patient bringt auch noch ein lot mit sehr umfänglichen dort gucken sich mal an was da alles verbanden getestet worden sind alles negativ ja dieser mitgebrachte befund der bringt mich auch nicht von meiner verdachsdiagnose ab viele kollegen geben jetzt schon auf und sagen nee dann ist das alles klar ist erledigt hier ist gar nichts erledigt denn bei dieser symptomatik erinnere mich auch noch an die praxis meiner mutter da war eigentlich klar dass da irgendwas besonders im petto liegen musste nur damals gab es ja noch kein helicobacter der war ja noch gar nicht entdeckt also wir hatten da teilweise ja noch die psychischen diagnosen dann das waren die männer die dann zum psychiater oder zum psychotherapeuten mussten mussten sich da eine lange kur unterziehen rollkur und was da alles mit den leuten gemacht worden ist in meinen augen war das mal so ein musterbeispiel für die diskreditierung von patienten nur weil man eben als arzt oder als wissenschaftler sich die mühe gegeben hatte mal nachzuforschen was ja unser bery marshal der jetzt mittlerweile den nobelpreis bekommen hat gemacht hat und uns gezeigt hat was eine hake ist wenn man wirklich mal reinguckt ins mikroskop was übrigens der lehrer neben ihm gar nicht machen wollte das heißt obwohl der junge gesagt hat hör mal zu hier gibt es ja in dem ulkus den er sich da angeguckt hat ganz viele bakterien die wimmeln darum hat der professor es vermieden da rein zu gucken der hielt das nicht für möglich das müsste steril sein war das war wohl seine aussage das war natürlich falsch also wir sehen wie auch teilweise durch alte traditionelle denkweisen die sich immer wieder festhalten an dem was wir mal gelernt haben dinge übersehen werden müssen nach wie vor neugierig bleiben wir müssen ganz besonders neugierig sein auf die parasiten denn die können uns morris lehren dass wir eben halt wirklich doch bei unseren patienten die viel häufiger finden und dann natürlich ganz andere therapeutische optionen haben die ansonsten gar nicht in anspruch genommen werden wir sehen wenn wir jetzt in diesem fall jemand differenzierten blot machen blot kennt ihr ja fast alle das sind immer bestimmte proteine die nach größen klassifiziert werden also nach kilo dalten in diesem fall 66 57 54 51 und so weiter die alle unterschiedliche diese banden haben unterschiedliche bedeutung aber 26er bande hat eine bedeutung gesehen dass in dem kleinen text der unten drunter steht da stehen die drin das sind die rekombinanten banden und die rekombinanten insbesondere die 33 30 29 26 19 und 17 die spielen für uns eine rolle wir sehen im test im igg die 26er bande schwach positiv also das muss zumindest einen hinweis geben dass möglicherweise hier die symptome begründet sind durch eine infektion des magens für uns war das ganz klar wir müssen lernen ganz entscheidend wichtig infektionen können weder durch mehrfache gastroskopien ganz ganz wichtig wir haben eine patientin gehabt zehn jahre lang gastroskopie gemacht worden jeweils negativ und wir haben unsere entsprechende differenzierte diagnostik gemacht und sie hatte ganz eindeutig diese beschwerden begründet nämlich aufgrund der infektion mit helicobacter wir haben sie all qua therapiert und die hat wirklich nur noch tränen gehabt hat gesagt das ist doch unfassbar zehn jahre lang hat man mich an der nase umgeführt hat sie wörtlich gesagt ich weiß das noch sehr genau achten sie bitte darauf dass gastroskopien kein ausschluss sind absolut nicht ja und wir können auch die atemteste machen die sehr gerne mache bei kindern zum beispiel und die dann immer wieder was zeigen aber wenn die negativ sind kann ich mir auch nicht drauf verlassen antigen im stuhl ist auch nicht verlässlich habe eben das kurz erwähnt bei dem lamblea infektion dass die pcr das nicht alles bringt wir müssen also bei vielen patienten wenn so begründete symptome da sind über lange zeit möglicherweise anhalten wenn viele ausschlüsse schon gelaufen sind müssten wir konsequent alles anwenden was die diagnostik heute zu bieten hat und ich bitte sie ernsthaft darum das zu machen bei uns ist ja oft die frage bezahlt meine krankenversicherung das wir haben praktisch gar keine patienten mehr die auf krankenversicherung wert legen das heißt wir haben 80 prozent selbstzahler die alle diese erfahrung die ich kurz eben erwähnt habe hinter sich haben die haben die nase voll im wahrsten Sinne des wortes und ich sage auch immer wenn ihr in die pizzeria geht bezahlt das auch nicht eure krankenversicherung wenn ihr ein auto kauft sowieso nicht beim urlaub ist dasselbe und wenn aus eure gesundheit geht dann investiert mal euer privates geld in die vernünftigen diagnostiken damit er endlich nicht zehn jahre ohne diagnose rumlauft und ohne therapie sondern endlich nach kurzer zeit mit dem kurzen und gar nicht so hohen einsatz von finanzen eben dann zu einer antwort kommt und der arzt kann euch dann auch helfen das ist ganz ganz wichtig infektionen führen häufig auch zu müdigkeit das wiederum wichtig besonders post brandial ich hatte das eben schon kurz erwähnt fragen sie immer nach post brandialer müdigkeit dann haben sie den erst das erste indiz dass hier helicobacter infektion im spiel sein kann wir sehen das immer wieder ich habe eigentlich keine ausnahme ja und ganz ganz wichtig oder auch volle gefühl zum beispiel ist ganz entscheidend ich war jetzt mit meinem sohn in der pizzeria und dann hatte der plötzlich volle gefühl nach der pizza ließ die halbe pizza sich einpacken haben die mit nach hause ich sage junge wie kommt das du hast doch sonst immer deine ganze pizza gegessen aber ich sage ich habe eine idee du hast nämlich eine freundin seit einem jahr und ich kann mir vorstellen die hat helicobacter sagt komm bring die mal her wird diagnostizieren das mal und so war es auch beide hatten helicobacter das war der grundformel nur die halbe pizza gegessen hat also hier sieht man schon an einem einzigen kardinalsymptom das war nicht die post banale müdigkeit sondern in diesem fall das volle gefühl ganz wichtig infektionen führen natürlich dann auch zu mangel an dem magensäure und deren folgen ist alles bekannt aminosäuremangel damit auch baustoffmangel für proteine insulin immunglobuline und so weiter und wir sehen also wie weit reichen dann letztendlich die konsequenzen dieser parasitose sind infektionen können auch zum b12 mangel führen und eisenmangel insbesondere auch dann wenn natürlich hier pantoprazole eingesetzt wird oder eben die ppi's die natürlich dann wiederum noch mehr den vitamin b12 mangel forcieren und wir sehen dann patienten die eben wie diese frau wird der ich gerade gesprochen habe zehn jahre eben halt mit der gastroskopie gequält worden sind ohne entsprechende lösung und dann natürlich nur pantoprazole bekommen wegen ihrer symptomatik und wir haben eben keine kausale ursache die nachgewiesen wurde deshalb gibt es auch keine kausale therapie genau da laufen wir sturm und sagen dafür brauchen wir eben wieder noch mal die neuen erkenntnisse die eigentlich die alten sind wir müssen eben konsequent und gründlich vorgehen und dürfen uns mit keinem negativ befund abfinden das ist das entscheidend wichtig bei uns im gesamten strategie und vorgehensweise in unserer praxis spezifische ig und igr antikörper sind nach circa acht wochen das ist entscheidend wichtig bei erfolgreicher therapie nicht mehr nachweisbar das wird ja auch bezweifelt man geht immer von der lebenslangen persistenz des antikörpers aus wie das bei röteln der fall ist wir sprechen aber nicht von röteln wir sprechen auch nicht von virusinfektion hier geht es um parasitische bakterien sozusagen das sind ja spiro schäden auch und wenn wir die eben halt wirklich beseitigen das geht dann sehen wir immer wieder wenn wir das konsequent machen dass wir dann auch wirklich keine antikörper mehr da sichtbar haben antikörper untersuchungen sollten grundsätzlich auch bei jedem patienten erfolgen da gehe ich von aus deswegen sage ich ihnen das auch zum schluss nehmen das als botschaft mit und es sollte auch der vernünftiger test sein hier muss man auch eine selektive auswahl der labore treffen nicht jedes labor kann das gleiche leisten und vor allem nicht jeder test leistet das gleiche wissen auch verschiedene restaurants können verschiedene gute speisen servieren und das ist immer wieder zu berücksichtigen wenn wir einfach mal über diesen magen über diesen horizont hinausschauen dann sehen wir welches weit gefächerte spektrum eben halt hier vorhanden ist an symptomen zunächst mal wir haben hier das aufstoßen die blähungen den durchfall die schmerzen im oberbauch die recht diffus sein können wir haben reflux das ist ja klassisch eben des sodbrennendes barrett oesophagus dieses barrett syndrom da muss man auch immer wieder an krebs natürlich denken die vorstufen wir wissen ja eben halt dass diese gastritis nicht so harmlos ist und die bakterielle eben halt wo auch toxine mit im spiel sind was auch sehr sehr gut veröffentlicht ist die führen dann unter umständen ganz klar nicht nur zum magen geschwören sondern später auch mal zum magenkrebs und deshalb ist in meinen augen hier ist absolut notwendig die diagnostik so weit wie möglich abzugreifen und eben halt auszuschließen dass der patient infiziert ist und zur not auch wirklich mal exjuvantibus behandeln denn die konsequenz ist ja erheblich ja mal mal lymphom hashimoto tyrioditis sehen wir sehr häufig bei den patienten morbus basito was ist das warum kommt das zusammen das sind folgen die eben autoimmune folgen sind einer chronischen internationalen infektion oft ist ja gar nicht so selten und wenn die leute eben halt unsere patienten hashimoto tyrioditis haben dann haben wir schon den verdacht die haben eine helicobacter infektion dann forcieren wir die diagnostik in dem genannten sinne und dann eradizieren wir die infektion und dann geht auch die hashimoto tyrioditis weg das muss man sich vorstellen das sind aber alles keine neuerungen sondern das sind dinge die man längst in der literatur auch lesen kann wenn man eben etwas intensiver recherchiert wir sehen das alltäglich bei uns in der praxis ne eisenmangel ist klar anämie ist die folge dann mit zwölfmangel auch entsprechend da mit den folgen wie ja bekannt sind wir schauen da natürlich auch gleich beim blutbild auf die makrozytose oder mikrozytose da sehen wir gleich auch schon welche man zustände unter umständen seit längerem auch persistieren das ganz wichtig wir können sagen dass aber auch ein großteil der patienten asymptomatisch sein kann da muss man auch sehr vorsichtig sein und die können ja trotzdem die probleme haben die langfristig eben halt hier zu den schweren erkrankungen tödlichen erkrankungen führen ich habe in den letzten zehn jahren habe ich noch mindestens sechs sieben leute sterben sind an magen karzinom und ich muss ganz ehrlich sagen das ist überflüssig heute ganz klar das ist ja trocken und sonst nichts übertragungswege wir sehen hier die bilder ich kann mich noch gut als kind erinnern ich fand das immer ekelhaft wie die mütter eben halt wenn ich in der schule war teilweise wenn die ihre kinder noch dabei hatten die klein waren und den schnuller hatten dann fiel der schnuller auf dem boden die mutter lutschte den ab und steckte dem kind dann wieder in mund ich finde das widerlich muss ich ganz ehrlich sagen unter erst mal erst ästhetischen aspekten aber selbstverständlich oder infektologischen natürlich sowieso und so wird ich weiß ich wurde damals auch von meinen tanten immer geküsst und die wollten meisten auf den mund küssen und dann haben die natürlich mir gleich ihre helicobacter infektion beigebracht sozusagen oben sehen wir das auch hier bei der mama und natürlich bei den paaren ist das auch klar und so können wir eben als davon ausgehen dass wir zunächst mal über partner infiziert werden oder wohl von sozial kontakt infiziert werden vorsichtig ist auch natürlich bei kontakt mit erbrochenen gerade wenn man in der pflege ist oder wenn man als mutter mit den kindern zu tun hat wenn die mal sehr krank sind in gemeinschaftsunterkünften kann das passieren die engländer sagen nicht umsonst helicobacter runs in families also es geht auch darum dass man bei intensiven zusammenleben ohne dass man jetzt sexualkontakte hat oder eben an andere kontakt hat sich in der familie selbst infizieren kann intensive gespräche über stunden bei relativ kleiner distanz führen ja auch dann dann zu tröpfcheninfektion da ist das auch möglich wichtig was oft vergessen wird es gibt aber auch schon eine wissenschaftliche literatur dazu dass der oralverkehr denn die prostata ist dann infiziert wenn die frau selber infiziert war und so kommen eben halt dann leider auch chronische prostata infektion zustande man muss gar nicht unbedingt eine magensymptomatik entwickelt deshalb sage ich immer macht die antikörper macht den blot guckt an was im immunsystem los ist und dann kann möglicherweise auch mal eine prostatitis durch helicobacter verursacht sein und wir sehen eben halt sogar in der literatur dass dadurch eben prostatakrebs möglich ist warum sollte der erreger der magenkrebs machen kann ich prostatakrebs machen das macht überhaupt gar keinen sinn und erste wichtige arbeiten auch zu aus indien interessanterweise gibt es da die sollte man mal nachlesen und das was eben halt hier so wichtig ist habe deshalb habe ich extra meine folie gemacht schluss jetzt mit diesem missbrauch sozusagen der ppi ist wir müssen die ursachen suchen und nicht die leute eben halt mit ihren symptomen sozusagen behandeln was kurzfristig durchaus legitim ist in meinen augen aber wir sehen ja jahrelange behandlung das verbietet sich in meinen augen denn an erster stelle steht die diagnostik steht die ursachen abklärung also noch mal 70 prozent ihrer und meiner patienten haben eine helicobacter infektion die chronisch ist mit allen risiken und folgen wie ich die eben beschrieben habe bleiben sie da dran und seien sie ganz hartnäckig vor allen dingen dann wird es interessant wenn man sieht dass eben wie ich das eben schon angedeutet habe mit der prostata eben dieser erreger wenn man mal in die ganze literatur reingeht eben überall praktisch seine prädilektionsstellen hat das kann also von der blepharitis sein dann können es augeninfektionen sein leber schulicistitis und überall hat man die schon entsprechend bei der histologie beziehungsweise auch bei der färbung oder eben halt auch bakteriologisch nachweisen können oder mit der pcr von alopecia agroata psoriasis rosacea viele dieser dinge die hier nochmal nachlesen sollten zeigen eben halt dass diese spirochete genau wie die syphilis spirochete an vielen stellen des körpers probleme machen kann die literatur ist voll davon und deshalb sollte man davon abgehend zu sagen dass sein reiner magenkeim also schauen sich das bitte noch mal an die arbeit ist ja schon 2014 im world of world journal of gastrointology veröffentlicht worden beyond the stomach genau das ist ganz wichtig dann gibt es eben halt auch die frage wie wer wird wie behandelt also gab es mal dieses meeting hier houston consensus conference 2018 war das schon wer soll erratiziert werden ich fasse nur kurz zusammen urkoskranke malten empfohlen patienten nicht geklärte dyspepsie idiopathische thrombozytoid nsr therapie über einen monat ist ganz wichtig magenkarzinom ulkos in der familienanamnese denn helicobacter ranz in families oder auch hier wie es steht personen die mit hp lori infizierten in einem haushalt leben nach habe ich ja schon gesagt und dann kommt die erstgeneration immigranten aus hochprävalenzländern ganz ganz entscheidend wichtig und vielleicht ein hinweis an dieser stelle mal zur therapie wenn man sich das mal auf der zunge zergehen lässt standard ist heute eine vierfachtherapie und eine therapiekontrolle ist obligat sagt der kollege labenz einwöchige französische oder italienische trippeltherapien sind obsolet stellen sich das vor erste daten sprechen dafür dass die hp eradikation zur prävention des magenkarzinoms auch in europa wirksam ist das muss man sich auf der zunge zergehen lassen wir müssen uns viel mehr um diese dinge kümmern wir müssen die symptome der patienten viel ernster nehmen die abklärung soll gründlich gemacht werden alles andere ist fuß muss ich ganz ehrlich sagen und wir haben gefährden damit die patienten und wir haben teilweise dann schicksale die wir dann auch im nachhinein nicht mehr beeinflussen können leider kommen solche patienten auch zu mir in die praxis aber dann ist es oft schon zu spät das alles kann man nachlesen hier helicobacter als ursache von morbus basedow und hashimoto's theorie des wie ich das schon gesagt hatte schauen sich das in ruhe an helicobacter als ursache hier nochmal von hashimoto mehrere arbeiten schon vor einigen jahren dazu veröffentlicht überhaupt das ganze thema parasiten und autoimmunität auch die bakteriellen parasiten sozusagen spielt eine ganz ganz große rolle denn der permanente stachel im immunsystem führt ihm halt dann zur autoimmunität mit vielen konsequenzen deshalb müssen wir immer wieder reflektieren auch die autoimmunerkrankten unter parasitischen aspekten bitte das nicht vergessen hier protease ht r a und ca g a proteine die spielen eine große rolle denn es geht letztlich darum dass proteasen und giftstoffe also toxine die eben halt über die erreger in den körper eingebracht werden und dann zu teilweise eben halt massiven infiltrationen auch im gewebe des darmes führen und dann eben halt bestimmte barrieren überschreiten und dann kommt es eben zum ausbruch einer krebserkrankung der keim ist gelegt sozusagen der parasit geht nach seiner arbeit vor mit diesen verschiedenen chemischen waffen will ich mal sagen und es kommt dann beim patienten irgendwann dann auch zum magenkrebs das brauchen wir heute nicht mehr wir müssen präventiv eben halt vorgehen das heißt die infektion vermeiden und präventiv diagnostisch vorgehen damit sie auch dann hinter zu einer eradikation kommen können also hier das noch mal unser viertes fall beispiel 55 jährige patientin seit zehn jahren wechseljahrsbeschwerden ich hatte das kurz schon erwähnt das passt irgendwie nicht zu dem was im lehrbuch steht aber auch nicht zur erfahrung eigentlich auch von gynäkologen deswegen verstehe ich auch nicht wie man so eine frau zehn jahre auf wechseljahresbeschwerden behandeln kann aber ich bin gerne bereit wenn sie gegenbeispiele haben auch da noch zu lernen für mich persönlich ist das irgendwie nicht sinnvoll nachtschweiß hat die patientin muskelschmerzen hat sie und gelenkschmerzen sie hat kopfschmerzen migräne interessante zusammenstellung sie hat über unseren leistungsverlust und ist auch emotional instabil tja auf welchen parasiten kommt man man kommt nicht so leichter drauf weil auch leider in deutschland verbreitet wird dass diesen parasiten kaum gibt da sitzt ein professor ich sag mal jetzt nicht die stadt aber im westen deutschlands der spricht von one case of babesia nämlich so heißt der erreger ist die babesien infektion die malaria des nordens die relativ weit verbreitet ist und gibt es auch in österreich und sie ist durch zecken übertragbar wahrscheinlich aber auch durch moskitos übertragbar und wir sehen hier in diesem falle bei dieser frau eine klassische babesia divergenz infektion in diesem fall sogar mit einem igm von 1 zu 64 bei einem cutoff von 1 zu 2,5 32 positiv wir weisen darauf hin dass wir nicht selektiv einfach mal den suchtest machen also hätte ich den hier gemacht dann wäre der negativ dann ich gesagt die frau hat ja keine barbeziose und erst dann wenn ich eben mitmache entdecke ich das aber ich habe das leider ein paar jahre gemacht bis mir das dann aufgefallen ist einen weiteren fehler haben wir zwangsläufig machen müssen weil die labore die wir früher hatten vor vielen jahren 20 30 jahren die haben nur babesia mikro die die mäuse malaria versucht nachzuweisen aber das ist das was man in deutschland auch in österreich nicht findet nur in ausnahmefällen weil die verbreitete infektion ist babesia divergenz die rindermalaria und die rindermalaria sitzt nicht nur im rind und da sehen wir wieder dass die die spezies spezifität gar nicht so hoch ist wie man uns das im lehrbuch immer erklärt oder wie das an der uni auch immer wieder gesagt wird wir sehen eben halt viel mehr dass die parasiten sich neue wege suchen oder auch teilweise schon früher gemacht haben das heißt wir sehen hier eine rindermalaria macht beim menschen diese symptome nämlich symptome der wechseljahrsbeschwerden und wenn sie sich die mal genau vor augen halten die wechseljahrsbeschwerden dann sind das genau die der chronischen malaria und das ist das ja hier die barbeziose nach victor barbes übrigens benannt der sie damals entdeckt hat ihm zu ehren hat man die dann barbesien genannt die erreger die gehören zu den pyroplasmen den bürmenförmigen wo auch die falls sie parum malaria parasiten drin sind das ist ganz wichtig das sind entscheidende erreger die eben halt als einzeller sehr klug sind wesentlich überlegen der intelligenz der viren zum beispiel und sie können eben das immunsystem auch dominieren deswegen schießen wir hier diese erreger immer als erstes raus das heißt die barbeziose wird mit zwei antimalarier mitteln behandelt ist gar nicht so einfach zu behandeln beim hund einfach mit einem medikament eine spritze im und alles gut kabe sie heißt das mittel beim menschen geht das leider nicht wir würden es gerne nehmen dass kb sehr denn wir haben teilweise auch therapieversager keine neue infektion sondern therapieversager und vielleicht mal zur verbreitung nur damit man auch diesen professor eigentlich mal sagen kann er sollte noch mal eine neue publikation machen es gab eine veröffentlichung die nur als poster veröffentlicht worden ist übrigens auf demselben kongress wo ich auch den professor getroffen habe und an dem poster wurde beschrieben wie man in berlin an fünf verschiedenen stecken stellen zecken gesammelt hat und diese zecken wurden untersucht und man stelle sich vor den allbekannten wannsee an denen gibt es einen uferweg der so zwischen 55 meter jeweils vom ufer entfernt ist und da geben viele touristen drüber und bei diesen zecken die man untersucht hat hat man mehr barbesia divergenz gefunden als malaria als mal als als borreliose sein borreliose das heißt also wenn wir das statistisch betrachten wir haben eine große chance zum beispiel nur hier in dieser region berlins sich diese barbesia infektion einzufangen und viele touristen bleiben natürlich nicht auf dem weg die gehen zum ufer das macht ja spaß auch mal mit dem wasserkontakt zu haben ist bei uns gar nicht so schmutzig da waren sie und dann kommen sie natürlich mit dem entsprechenden gebüsch in kontakt und mit den zecken in kontakt und dann ist wiederum die übertragung gewährleistet und so kommt man sehr schnell auch in berlin an eine barbesia infektion in diesem fall barbesia divergenz der test der monofluoreszenz bestätigt das sehr gut so die patientin natürlich nach dem sechsten tag der therapie ich hatte gesagt zwei antimalarier mittel sagte es wird immer besser täglich inzwischen hat sie sich dann völlig überzeugen lassen dass ich recht hatte hat mir erst nicht geglaubt und ich werde direkt am montag meine frauenärztin aufsuchen sie bitten mit ihnen in kontakt zu treten das macht die natürlich nicht ich bin doch nicht die einzige frau mit dem problem dem mit zehn jahren wechseljahres beschwerden zu kämpfen hatte sozusagen und vor zwei jahren habe ich einmal die gynäkologin gewechselt und war davor mehrfach bei meiner vertretungsärztin sozusagen ich wurde von keinem dieser ärzte darauf aufmerksam gemacht dass eine abwesen infektion vorliegen könnte ja das kann man vielleicht auch nicht als vorwurf jetzt werden denn die gynäkologin weiß bestimmt über babesien nichts aber wir versuchen eben halt mehr auch für alle therapeuten die nicht nur kologen sind dieses wissen einfach zu verbreiten man muss einfach differenzial diagnostisch dann natürlich besonders scharf vorgehen wenn man eben halt sieht dass jemand zehn jahre solche beschwerden hat was ja schon gar nicht logisch ist und dann muss man einfach mal schauen was ist möglich sie wissen es auf jeden fall jetzt deswegen auch daran denken wenn es nicht gerade zehn jahre wechseljahres beschwerden sind sondern wenn der sache mit nachtschweiß mit muskelschmerzen mit gelenkschmerzen kopfschmerzen migräne anher geht und manchmal auch mit emotionaler instabilität das ist insofern wichtig weil es sich hier um eine zerebrale malaria handelt die allerdings nicht tödlich ist wie die falciparum malaria die sie erkennen aus den tropen hier schon nach 14 tagen oder spätestens drei wochen zum tod führen kann aber sie spielt sich eben halt im gehirn ab und nicht in den füßen oder nicht in der leber sondern im wesentlichen gibt es eben halt da oben eine infektion des gesamten parenchyms und dadurch kommt es eben halt teilweise auch zu depressionen oder auch zu verschiedenen emotionalen explosionen die wir bei patienten erleben manchmal auch panikattacken oder ängsten also auch das wird in differenzial diagnose hinein wenn eben halt ängste panikattacken oder auch extreme müdigkeiten konzentrationsstörungen auftreten oder bei kindern zum beispiel auch lernstörungen und so weiter ganz ganz wichtig da muss man die barbisiose als differenzial diagnose zulassen die patientin ist 32 jahre alt mal wieder müde seit jahren und ja fast alle unsere patienten ihre ja wahrscheinlich genauso schlafstörungen treten auf depressionen sogar zeitweise auch ängste und panikattacken stationäre aufenthalt in der psychiatrie leistungsverlust berufliche und soziale anforderungen gestört ich habe selten um das hier gleich zu sagen nicht die antwort schon zu verraten was das für eine infektion ist selten eigentlich jemand in der psychiatrie gesehen mit barbesien eigentlich kaum ja ich habe einen patienten gesehen der hatte eine cerebrale malaria das war als ich nach london kam und meinen ersten kontakt mit dem hospital für topical disease hatte war da auf der station und da wurde ein patient schwerst krank eingeliefert 19 jahre alt der war aus portugal gekommen hatte da seine tante besucht und keiner hatte gefragt wo er vor portugal gewesen war nämlich leider in afrika der hatte zwei jahr zwei oder vier tage genau in der psychiatrie verbracht hatte extreme psychiatrische symptome sonst praktisch gar kein fieber und leider stellte sich dann heraus dass er immer kranker wurde und dann ist er ins tropeninstitut gebracht worden irgendwann fiel dann auf dass er wohl aus afrika kam der ist dann leider verstorben das war der patient von dem ich gesehen habe der einzige eigentlich bis jetzt der eben über die malaria bedingt die cerebrale malaria die psychiatrie gekommen ist und dann unglücklicherweise verstorben ist weil man hier ja wie sie wissen sehr gute differenzialdiagnose machen muss und vor allem eine reiseanamnese eine reisebefragung und sehen ob die leer ist die anamnese die reiseanamnese oder ob der afrika oder südamerika oder möglicherweise asien drinstehen als reisen das muss man streng abfragen auch das gehört in meinen anamnesebogen bei ihnen sollte das auch sein also die tiere und natürlich die tierkontakte aber auch die reisen spielen eine rolle in diesem fall ist es keine malaria sondern es ist ich löse es auf ist eine bartonellose eine erkrankung die durchaus auch psychiatrische symptome macht also fast alle meine patienten die ich aus der psychiatrie habe sind bartonella patienten der erreger der katzenkratzer kalt in diesem fall von herrn barton entdeckt und beschrieben und ihm zu ehren auch so benannt sollten sie kennen nicht corona sondern bartonella ist der new kid on the block und auch schon seit einiger zeit und das ist wirklich ein ganz großes problem wir haben hier das glück wir haben hier einen extrem hohen antikörpertiter und das interessante ist hier wieder da könnte die kritische frage später kommen ja das ist ja nur ekk das war eine alte infektion nein meine lieben zuhörer das ist keine alte infektion wir in unserem verein haben hunderttausende von untersuchungen gemacht auch bei der bartonella lose und sehen das praktisch gar keine igm antikörper produziert werden können das heißt in unserem verein machen wir für hund und katze keine igm antikörper mehr um auch den kunden das geld zu ersparen für den test ist nicht so teuer aber immerhin ist ja geld weil wir eben halt bei 1000 von tieren das nicht gesehen haben und das ist auch eine literatur verankert das heißt wir diagnostizieren nur noch g und die untersuchungen die wir über die längere zeit gemacht haben ich hatte das kurz eben erwähnt haben auch gezeigt dass auch bei langen infektionen von zwei drei jahren manchmal eben die ms persistieren können dann wieder verschwinden dann die gs wieder persistieren dann beide persistieren und irgendwann haben die hunde dann gar keine antikörper mehr das ist meistens kurz vorm tod dann versagt das immunsystem völlig ich habe eine zeitlang auch den fehler gemacht gebe ich ganz ehrlich zu dass ich nur igg untersucht habe das mache ich heute nicht mehr das heißt ich rechtfertige die untersuchung des igms nicht weil das igm der beweis darstellt dass eine akute infektion ist sondern weil ich eben einige patienten hatte die leider doch igm hatten aber keine igg und dann habe ich das eben übersehen also der suchtest kann negativ sein und dann kann der folge test also in diesem fall igm positiv sein deshalb mache ich konsequent bei den patienten immer bei bartonella beide antikörperklassen in diesem falle das häufigste nämlich dass wir eine g klasse haben die hoch positiv ist 1002 also 2001 zu 2048 ist extrem hoch und dann weiß man wie schwer krank der patient ist oder in diesem falle die patientin dass die an der psychiatrie war ist also keine seltenheit sondern eher die regel ja das heißt immer bei depressionen bei aggressiven verhalten bei obsessiven verhalten oder bei panikattacken bei ängsten muss man immer als eine cerebrale infektion denken und da sagen wir das sind die fünf bs die bartonella die babesia die borrelia die brutzella und das borna virus das sind bei uns die wichtigen parasiten die eben das hirn eben halt befallen und daneben halt unser denken unser fühlen und unser handel stören und zwar massiv so dass man eben halt in der psychiatrie verschwinden kann und wenn das nicht abgeklärt wird dann bleibt der patient auch dauerhaft in der psychiatrie alleine das muss sehen ja schon aufrütteln und zu veranlassen eben halt die bracht und lose voll in den fokus zu nehmen insbesondere bei allen jugendlichen bei allen erwachsenen die eben psychische störungen haben oder bei den kindern noch mal lernstörung oder obsessives verhalten ganz wichtig ja ich möchte mich bedanken viele dankeschreiben bekommen wir natürlich wir machen das jetzt nicht aus eitelkeit sondern es ist immer wieder für mich persönlich erschütternd wenn man das hört seit meiner kindheit wusste ich nicht wie es ist ohne müdigkeit schlafstörungen depressionen zu leben erst durch sie habe ich mein leben zurückerlangt ich wünschte ich hätte schon vor vielen jahren den weg in ihre praxis gefunden nun bin ich fast 33 jahre alt und nur dank ihnen endlich gesund bleiben sie uns noch lange erhalten naja ich bin 73 so lange wird das auch nicht mehr sein aber ich versuche eben mein wissen weiterzugeben an die interessierten motivierten kollegen die auch solche schicksale hier begreifen und sagen das kann eigentlich gar nicht sein und es kann auch nicht sein dass mir dieses wissen fehlt und dann solche schicksale bis zum 33 lebensjahr vorangetrieben werden unfassbar und wir haben die möglichkeiten der diagnostik aber wir haben vor allen unseren kopf mit dem bedenken können den wir wieder neu aktivieren möglicherweise auch mal in eine etwas andere richtung nämlich in die richtung der parasiten fokussieren ich kann ihnen nur dringend dazu raten alleine das muss sich erschüttern hier was sie geschrieben hat es ist nicht dass mich das stolz macht im gegenteil das betrifft mich das bedrückt mich sage ich ihnen ehrlich und das sage ich nach so vielen jahren praxis es ist immer noch so ich bin halt katholisch erzogen und irgendwie wirkt das noch auf mich denn die empathie ist glaube ich die wichtigste voraussetzung die man als therapeut braucht deshalb sind für mich die mütter sowieso die besten ärzte weil sie genau das haben was heute vielen ärzten fehlt neben den kenntnis in der parasitologie auch die empathie für die patienten neues fall beispiel patientin 65 jahre alt jahrzehntelang gelenkschmerzen schon sehr auffällig knieprothese nach jahrelanger artrose geplant hüftgelenksersatz rund auf dem land damit exposition will ich damit sagen hält ein hund ist gerne schweine mit was ist das wir sehen auch hier in der orthopädie immer wieder die gelenkbeschwerden die dann immer wieder als artrose entsprechend interpretiert werden aber wo die artrose herkommt wird nicht gefragt das sind dann alterserscheinungen im damal sieht vielleicht schon ein bisschen älter aus aber alter ist ja keine grund für erkrankung das wird auch falsch verstanden viele erkrankungen aber insbesondere durch parasiten brauchen jahrelang bis wir alt sind eben halt bis sie eben halt ihre wirkung am körper im zeit steter tropfen habe ich noch mal gelernt höhlt den stein und so ist das hier auch und man darf eben halt diesen tropfen nicht die möglichkeit geben die artrose herbeizuführen das heißt die gelenke sozusagen auszuhöhlen und hier wird ja schon geplant das hüftgelenk zu ersetzen wir gehen gleich auf den verdacht weil wir haben in der anamnese nämlich festgestellt die hatte mal eine infektionskrankheit und zwar hat sie sich nach dem grill abend glaube ich infiziert hatte also dann durchfälle eine darmerkrankung und hat daraufhin weil das keiner in der anamnese abgefragt hatte natürlich eben diese gelenkbeschwerden entwickelt sie wissen ja sind ja enter politiker ist auch ein wirklich perfekter parasit will ich mal sagen und hier sehen wir sehr schön igg klasse 46 38 36 34 25 die sind in klammern gesetzt weil sie nicht so relevant sind aber in jedem fall eine hohe positivität und igr ist grenzwertig das heißt die frau hat eine chronische jasinien infektion unter umständen schon seit jahrzehnten und die ursache für ihre gelenkbeschwerden kommen eben daher denn wir wissen jasinien gehören zu der gruppe natürlich der pesterreger jasinia pestis ist allen sicher noch in erinnerung und die können halt migrieren die gehen durch die darmschleimhaut hindurch die wandern ab die suchen sich ihren ort und zwar das brady trofe gewebe da wo wenig immunsystem zirkuliert also wo wenig gefäßversorgung ist das wären in diesem fall die gelenkflächen und die gelenke wenn ich jetzt natürlich hergehe und das nicht berücksichtigen den test nicht mache und nehme dann entsprechend das gelenk raus und setzen neues hüftgelenk rein die prothese dann wundere ich mich nicht dass 1 2 3 4 jahre später die prothese wieder raus muss nicht weil dann ihre lebenszeit schon am ende ist der prothese meine ich die lebenszeit nein weil nämlich in ein gebiet was infiziert war mit jasinien plötzlich dann natürlich auch es eine entzündung gibt direkt an den grenzflächen zwischen dem körper gewebe und dem meistens titan und dann hat man nämlich da einen sehr guten biofilm und in dem biofilm wachsen dann jasinien und so sehen wir wissenschaftliche publikationen wo man hergeht anstatt die ursache zu suchen die verhindern dass man eben halt hier eine knieprothese oder grundsätzlich eine gelenksprothese erhalten muss überhaupt und die dann adäquat therapiert dann kann man im nachgang drei vier jahre dann auf einmal jasinien finden und sagt ja die jasinien waren jetzt auf einmal die schuld dafür dass eben das transplantat bzw die prothese nicht so lange verweilen konnte jetzt fängt man dann an das zu finden da gibt es paar interessante in meinen augen wirklich absurde publikation ja man muss das doch vorher herausfinden man muss sehen wenn jemand grundsätzlich eine darmerkrankung hat kann er jasinien haben dann muss das abgeprüft werden grundsätzlich gehört das immer bei jedem darm infekt zur differenzialdiagnose auch die campylo back da spielen eine ganz große rolle und dann muss man eben davon ausgehen dass die eben halt ihren hobbys frönen die gehen eben halt dann raus in die baditrophengewebe und machen dann die gelenkbeschwerden das kann ich nach dem motto der prävention eben halt abwehren und das ist in meinen augen zwingend da gibt es keine diskussion die patientin hat sich auch uns bedankt dafür ich habe das jetzt einmal kurz übersprungen aus zeitgründen wir haben eine neue patientin 39 jahre alt müdigkeit seit jahren wieder die müdigkeit steht fast immer im vordergrund ich sage immer müde ist immun müde weil das immunsystem aktiv ist wir müssen nur wissen warum es aktiv ist wir wollen das rausfinden wir sehen sogar das immunsystem überschäumt sozusagen schon es gibt nach die moto die typische entwicklung einer autoimmunerkrankung nach chronischen infektionen schauen wir mal was da los ist kopfschmerzen sind wieder da bluthochdruck des da zeitweise erhöhte lieberwerte nach was kann das sein dosis teilweise herabhängen eines oberlides schauen wir mal wir kommen jetzt in das riesige gebiet der riketziologie sozusagen das sind riesige gruppen von erregern die bei napoleon eben halt mehrere soldaten getötet haben als im auf dem feld im kriegsgeschehen sozusagen riketzien fleckfieber bekannt und denken sie immer daran erst mal ohne jetzt an die chronische patientin zu denken wenn sie patienten haben der eine reise getan hat und er hat kopfschmerzen der hat fieber und der hat eine hauterscheinung dann müssen sofort andere kätzchen denken denn manche riketziosen sind tödlich die akuten wir reden hier aber von chronischen riketziosen die weniger bekannt sind wir sehen über uns hier auch interessant igm riketzia felis das ist eine der häufigsten kätzchen die wir uns eingeschleppt worden sind durch die hunde ich hatte das eben zu anfang schon erwähnt die machen wir uns auch haut erscheinungen interessanterweise macht noch bei tieren große probleme denn das ist ja auch mal wieder hier eine zoonose jetzt ja fehler ist eigentlich die der katze konurial zeckenfieber helvetica raulti tüfi das sind so die großen gruppen die wir hier haben und sind mehr leute mit riketzien chronisch infiziert als wir uns denken in kriegszeiten ich hoffe wir bekommen die jetzt nicht oder in hungerszeiten oder in stresszeiten kommen diese riketzien infektion die oft wirklich lang jahre in den körper sich befinden irgendwo geschützt so wie früher bei der malaria die rückfällig wurde dann eben weil die hypnozyten in der leber gesessen haben und dann durch stress oder unterkühlung durch mangelernährung oder andere kriegseinwirkungen und so weiter eben halt plötzlich wieder aktiv geworden sind so kennen wir das bei den riketzien auch also sie haben eine akute form der erkrankung sie haben eine chronische form der erkrankung das wichtig eben auch was ich gesagt habe das sind reaktivierte so ähnlich wie bei den viren über die ebv reaktivierung redet jeder aber über die riketzien reaktivierung redet keiner warum eigentlich nicht brilzinser zum beispiel haben das beschrieben sehr schön sogenannte brilzinser fieber rückfallfieber wo eine alte riketziose die vielleicht jahrzehnte nicht mehr imponiert hat mit keinem symptom plötzlich wieder reaktiviert wird und dann muss man daran denken brilzinser vielleicht noch mal nachgucken haben sie bestimmt mal gelernt irgendwann wir sehen aber hier dass wir eben halt hier aktivität haben auch in mehreren gruppen akari felis und raulti und denken sie immer daran dass auch grundsätzlich ig und igm antikörper testen ich hatte die gründe eben auch schon genannt in den meisten fällen lassen sich bei einer aktiven infektion nur igm antikörper nachweisen es gibt aber auch immer wieder fälle bei denen sich keine igm antikörper nachweisen lassen dafür aber nur egg also das ist ganz wichtig die patientin hat also eine eindeutige infektion mit riketzien wir sehen also was wir sonst eben mal kennen vor der appendektomie und nach der appendektomie gibt es eben halt diese dosis und wir sehen dass hier im zusammenhang existiert das ist ungewöhnlich ein klassisches beispiel aber ich denke jetzt an den großen riketzien forscher vielleicht den größten aller zeiten professor jardin der über 40 jahre leiter des tropeninstituts in antwerpen war 20 jahre hat er da vor ort verbracht und 20 jahre geforscht in afrika über riketzien die gruppe hat dann später am institut pasteur den nobelpreis bekommen für die riketziologie waren auch noch einige andere kollegen dabei und die tochter von ihm von diesem berühmten mikrobiologen und riketzien forscher die sitzt in südafrika ist chirurgin und die hat immer gesagt wenn ich eine appendizitis sie weiß ich von meinem vater dann ist oft eine riketziose sozusagen im spiel oder sogar die ursache und hier sieht man ausnahmsweise mal diese dose die man ja nur von der borreliose kennen sicherlich eine rarität aber durchaus interessant darüber nachzudenken wir sehen die leberwerte sind oft erhöht das ist ganz wichtig auch typisch für die riketzien oft ist der blutdruck auch gestört kopfschmerzen sind sowieso der klassiker bei riketzien hashimoto als folge von intracellulären erregern die oft persistieren wie ich ja gesagt habe wir gucken ja hauptsächlich auf chronische infektionen die akuten kennt ja fast jeder aber die chronischen kennt keiner das wollen wir ändern mit unserem kurs und die gezeigten fallbeispiele wurden sehr vereinfacht nun dargestellt aber misch infektionen die wir hier bei uns fast nur sehen von fünf bis 15 gleichzeitig laufenden infektionen aus bakterien pilzen viren und den klassischen parasiten die verbergen sich ursächlich hinter nahezu jedem chronischen krankheitsbild das ist meine aussage die ich machen kann wenn ich auch nicht alles dazu publiziert habe oder publizieren konnte das ist die wesentliche botschaft die sie mitnehmen müssen und die sie gerne auch in ihren praxen überprüfen können und wenn wir mal auf das riesige spektrum gucken von chronischen infektionen und diesen entsprechenden erkrankungen oder diesen krankheitsbildern oder diesen syndromen die wir ja oft als krankheiten oder als ursache krankheiten bezeichnen die müdigkeit ja chronische müdigkeit cfs erschöpfung belastungsintoleranz mecfs long covid alles das sind oft dinge die mit chronischen infektionen zusammenhang stehen man muss eben nur abprüfen immunsystem ist betroffen infektanfälligkeit sehen wir häufig wiederkehrende infekte allergien mastell aktivierungssyndrom habe ich eben darüber gesprochen multiple chemische sensibilität gibt es habe ich oft gesehen habe das früher nur unter umweltmedizinischen aspekten betrachtet bis ich dann später eben noch tiefer in die infektologie und parasitologie eingedrungen bin habe gesehen dass es da querverbindungen gibt grippe symptome lymphknotenschwellung augen grauer starr was macht man beim hund wenn der grauen starrt man behandelt mit doxyzyklen der graue starr geht weg was macht man bei uns dann nimmt man diese linse raus und dann wird eine neue eingesetzt so geht man eben beim menschen vor dies ist auch nicht kausal aber man wartet so lange bis natürlich der graue starr sich auch nicht mehr korrigieren lässt oft steckt beim grauen starr eben halt eine infektion dahinter intracelluläre reger wieder im braditrophen gewebe da sind ja eben mal grauer starr in der linse sind ja gar keine großen gefäße da findet ihr alles mit diffusion statt sozusagen und da bin ich natürlich vor dem immunsystem geschützt nach blindheit kontrast sehschwäche ist auch wichtig retinitis pigmentosa habe ich jetzt gerade eine patientin da habe ich das auge punktieren lassen habe über 200 parameter immunparameter aus 50 mikro liter kammerwasser bestimmen lassen und siehe da sie hatte eben halt deutlich nachgewiesen aktivitäten in ihrem immunsystem die für eine chronische infektion gesprochen haben diese fall war es eine bachtonylose wir haben die behandelt und die retinitis pigmentosa gilt ja eigentlich als nicht behandelbar das schicksal dieser frau war eigentlich schon besiegelt mit 40 jahren blindheit und wir konnten diesen prozess nicht nur aufhalten sondern sie konnte im rahmen der therapie schon sagen ich kann ja meinen schrift von herr doktor verkleinern wie geht das denn ja ich sage das geht wenn man eben der sache auf den grund geht wenn man 200 parameter aus ihrem auge was sie großzügiger weise auch zuge oder gestattet hat dass ich das machen durfte über eine sehr sehr gute kollegin von mir die augenärztin ist und die jahrelang augen auch operiert hat und so haben wir also ohne schaden eben diese auge punktieren können und stellen dann fest da ist eine aktive bachtonylla infektion die eben halt ganz bestimmte parameter die eben auch speziell diese retinitis pigmentosa symptomatik verursachen die eigentliche mitursache wenn auch eine genetische disposition da in heidelberg an der universität festgestellt worden ist am schädel und der psyche und cdns gibt so viel zu erzählen da gibt es so viele immer wieder kausale zusammenhänge zwischen kopfschmerz migräne schwindel angststörung panikattacken das sind die klassiker depression schizophrenie sogar dann auch die bipolaren störungen ja stimmungsschwankungen ist störung da müssen sie immer die erreger abtesten ich sage zu meinem großen sohn der ist neurologer psychiater und psychotherapeut junge bevor du in die psychotherapie mit dem patienten einsteigt guck erst mal ob der ein wurm in der birne hat und wenn du den gefunden hast beseitigen und guck ob seine psychische störung sich vielleicht doch beseitigen lässt über eine antiparasitäre therapie nachdem man natürlich eine adäquate diagnostik gemacht aggressivität sehr 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 häufig bei bachtonylla wenn sie zwei haben die früher katzen hatten und jetzt auch noch eine katze haben die werden dann beide aggressiv dann gehen die paare meistens auseinander das kann man nicht tolerieren reizbarkeit besonders auch gedächtnis und konzentrationsstörungen bis zu demenz hin ja ich hatte jetzt gerade jemand der hat eben halt eine alte borreliose nicht behandelt nicht adäquat obwohl ich die vor 20 jahren diagnostiziert habe dann hat er sich impfen lassen und dann ist er in die demenz gegangen und mittlerweile ist auch tot gruselige sache parkinson ist auch schon lange im verdacht eine nocardia infektion zu sein da gibt es eine interessante zusammenstellung von über 200 literaturstellen zu also nocardia ist eine verwandte eigentlich der tuberkulose suchterkrankungen sind sehr häufig assoziiert gerade mit bachtonylla infektion einigen anderen erregern auch aber im wesentlichen bachtonylla gelegentlich immer bornavirus zwangserkrankung auch kognitive störung epilepsie sprachstörung wortfindungsstörung das fängt meistens damit an erst die müdigkeit dann die sprachstörung die wortfindungsstörung dekirante zustände und so weiter krampfadern will ich hier nur noch mal rausgreifen was jetzt gefäßsysteme angeht da hat meine mutter immer zu mir gesagt rolf rolf wir kümmern uns nur um die hochdruckgefäße wir müssen uns vielmehr um die niedrig gefäße kümmern und krampfadern werden einfach nur mal so als schicksalhaft gesehen wir sehen heute dass da eben halt bachtonylla sehr assoziiert ist und wenn man eine adäquate bachtonylla therapie macht dann gehen plötzlich die krampfadern weg und die frau hat eine wie eine 16 jährige habe ich gerade wieder erlebt small vessel disease ist auch bachtonylla und small fiber das heißt also sich feinen nerven und natürlich auch die feinen gefäße können hier infiziert sein es sind ja alles intracellidäre erreger die speziell auch in der im endothel also eine art endothelitis hervorrufen und eben halt dadurch auch die vaskular beeinflussen negativ und damit auch teilweise die blutviskosität wir haben also dann auch veränderungen bei diesen chronischen infektionen im gerinnungssystem ganz wichtig es könnte ewig hier weitermachen ich will nicht alles rausgreifen erreicht die zeit heute nicht für aber reizdarm greife ich noch mal raus das stehen eben halt parasiten dahinter wie blastocystis oder eben lambler oder die in der überfragelis erbrechen durchfallverstopfung hat man schon darüber gesprochen die reizblase muss immer wieder untersucht werden da wird oft auch eben der keimlich gefunden machen sie bitte keine abstriche denn der abstrich kann eben nicht das zeigen was ja in den zellen drin ist machen sie bei einer frau man abstrich in der scheide da müssen sie ja schon die schleimhaut rausreißen damit sie an den erreger kommen denn der sitzt ja nicht auf der schleimhaut wie staphylococcus streptococcus der sitzt ja in der schleimhaut drin also bitte vorsicht dann lieber wieder zu antikörper testen greifen chronische blasenentzündung intersetzielle cystitis gibt es allein 25 zentren zu in deutschland wir sehen die gar nicht wir sehen dass im interstitium eben ein keim ist der diese intersetzielle cystitis verursacht das ist nicht einfach zu finden ich weiß ich will mich auch jetzt mit den 25 zentren nicht anlegen aber wir müssen einfach auf die suche gehen und dann werden wir auch fündig dann kommen die ganzen sachen bewegungsapparat die sind ganz wichtig schauen sich das alles noch mal an haut vor allem juckreiz rosazia ganz wichtig da sind meistens auch parasitische milben dabei die tat zum beispiel in der rosazie und in der akne gefunden werden die können wir direkt nachweisen indem wir olivenöl auf die haut aufbringen lassen das moment einwirken kratzen das dann ab und guckt unter mikroskop uns dann die entsprechenden milben an die man sehr gut über uns mit ivermectin im antiparasitikum behandeln kann was ja heute bei der kretze gemacht wird zum beispiel wir haben 600 heim in berlin da ist die kretze sehr häufig und da gibt man heute natürlich das ivermectin was nicht nur gegen würmer wirkt sondern eben auch eine sehr breite wirkung hat wird wird bei uns relativ häufig verwendet wir hatten das ja von dem kollegen danke noch mal für die einleitung gehört ivermectin ist ein wunderbares medikament nicht nur als antiparasitikum sondern auch bei der akne oder rosazia und bei vielen anderen krankheitsbildern wissen wir noch gar nicht genügend um die wirksamkeit dieses medikamentes es gibt übrigens auch zu den viren natürlich wunderbare publikationen so die mir bekannten zumindest die in hochrangigen journalen veröffentlicht worden sind zeigen auch dass die anhaftung an die zellen membran also vermieden wird und dann auch natürlich die virus replikation kann durch ivermectin deutlich eingeschränkt werden darf gibt es wunderbare publikationen zu die ganzen autoimmunerkrankungen jetzt alle nicht aufführen wir sehen aber auf jeden fall das muss man sich merken dass der weg eben halt in die autoimmunerkrankung immer über die infektion geht über über die interzelluläre infektion ich habe damals sogar eine forschungsgesellschaft gegründet zur erforschen der autoimmunerkrankung mit einem professor der molekularbiologe waren wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt das will ich aber im einzelnen jetzt hier nicht aufführen amitro für lateralschose habe ich großen respekt davor muss ich sagen ist eine der wenige erkrankungen wo ich kaum noch chancen im moment zumindest sehe da sind zwar oft eben halt erregern mykoplasmen und zwar auch oft mykoplasma hominis beteiligt aber wir haben alles versucht wirklich alles was ich in meiner möglichkeit und auch durch zusätzliche ausbildung nicht gemacht habe versucht habe ist alles gescheitert da wäre ich sehr vorsichtig ist meistens auch so ein autoimmunphänomen was folge zum beispiel von campylobacter infektion sein kann also auch darm infektion in rolle spielen bei rickettsien bei borrelien bei bartonellen ist also sehr häufig sakura dose ist man nachgewiesen von einer gruppe die in norwegen tätig war dass dahinter rickettsien stecken also für die eingeweihten ist sozusagen die sakura dose die folge einer chronischen rickettsiose wie rosco gruppe hat das nachgewiesen mit elektronenmikroskop präparaten ja unerfüllter kinderwunsch den will ich mal hier raus greifen fast immer die infektion des unterleibs der frau muss gar nicht bis zur pd pelvic inflammatory disease gehen das kann einfach sein dass es eine klamyose ist die lange nicht erkannt oder therapiert worden ist also ich weiß nur aus der 55 jährigen erfahrung meiner mutter alle frauen wurden schwanger aber alle männer wurden mit behandelt wenn es nämlich um die sechs wochen therapie meistens mit doxyzyklin oder viel besser auch noch mit oxytetrazyklin ging und dann waren die frauen immer schwanger die mussten allerdings dann noch zur balneotherapie in deutschland ist sehr beliebt dafür eben das seeklima die mussten also auf weisung der hausärztin in diesem falle vier wochen nach sylt und dann waren die entsprechend sexuell aktiv dann haben sie auch ihre ganzen mineralien und ansonsten stoffe bekommen der kreislauf angeregt dann wurde wassertreten gemacht dann lief man in der branddome rum hat vielleicht auch noch schön gebadet da und dann waren die frauen immer schwanger ich habe also keine einzige frau gesehen die also keine kinder hatte aber wenn man natürlich wie heute die kinderwunschzentren gar nicht auf die infektionen des unterleibs schaut wenn man nicht die mykoplasma die urea plasma und die chlamydia untersucht dann findet man natürlich auch nichts ja aber wie kann man denn dann die x sie machen indem man dem mann aus dem hoden das sperma rausnimmt und der frau eben halt aus dem unterleib die eier und dann führt man die unter mikroskop zusammen und packt die dann wieder in den infizierten bereich der frau was soll das ganze und dann haben wir hinterher schon kinder die kommen auf die welt mit einer chlamydia infektion mit einer bartonella oder sonstigen infektion also all diese dinge sind obsolet in meinen augen müssten längst reflektiert werden kann man aber nur wenn man ein bisschen ahnung von der parasitologie und von der immunologie und auch von der infektologie hat und ich kann ihn nur dringend raten kümmern sich darüber und darum und hören sie auf die worte von dem wunderbaren professor aber der gesagt hat leute leute kinder kinder junge junge studenten nehmt euch das als wichtigstes fach denn das ist spannend und da ist noch viel zu tun und da sind auch noch viele lücken zu schließen im wissen aber letztendlich auch in der therapie natürlich wir haben also enorme möglichkeiten kausal zu therapieren und die erfolge sind wirklich groß bis auf die als da bin ich vorsichtig ich nehme heute keine patienten mit alles mehr an so die übergeordnete ursache ist immer die chronische infektion und wir kennen das ja wir gucken dann immer auf das spinnende immunsystem gestörte tryptophan metabolism gestörte neurotransmitter haushalt histamin im stuhl ist erhöht crp ist erhöht gerinnungsstörungen sind da die hyperkoagulation hatte ich ganz kurz eben erwähnt das ist die folge nämlich der chronischen aktivierung des gerinnungssystems über das immunsystem was eben halt bestimmte faktoren abgibt und dann denkt eben dass das gerinnungssystem der patient hat sich geschnitten und fängt dann an um die verblutung zu verhindern macht das blut dick das macht auch extrem müde ganz wichtiger faktor hyperkoagulation man merken schilddosenunterfunktion haben wir darüber schon gesprochen vitamin d3 wirkung ist blockiert wirkt auch immunsupprimierend wenn ich zu viel vitamin d gebe was ja heute an der tagesordnung ist extrem hohe dosen zu geben wir neigen da nicht zu wir müssen also immer sagen im vorfeld prüfen wir das 1,25 und das ist das zu hoch geben wir kein vitamin d schon gar nicht in großen dosen was steckt aber dahinter oder was liegt darüber sozusagen als übergeordnete ursache die chronischen infektionen hauptsächlich dieser eben genannten intracellulären erreger bakterien pilze aber auch die mykotoxine dürfen wir nicht vergessen wir haben wenig über toxine bis jetzt gesprochen fast alle bakterien geben aber eben toxine ab das machen aber auch die pilze und über die mykotoxine muss man auch noch mal ein extra seminar anderen vortrag machen das ist ein thema für sich auch das ist noch völlig in den kinderschuhen eigentlich wissen wir schon viel dazu aber es findet in den praxen praktisch keinen widerhall und es gibt auch relativ wenig kollegen die sich aktiv damit beschäftigen die auch diese botschaft verbreiten wir werden das in zukunft machen verlassen sich darauf chronische aktivierung des immunsystems führt dann eben halt zu diesem spinnenden immunsystem wir haben rezeptor blockaden im rahmen der molekularen mimikrie kommt es natürlich dann dazu dass eben halt bestimmte dinge nicht mehr funktionieren wir sehen das ja jetzt an den acetylcholin rezeptor autoantikörpern die im rahmen eben von kovid oder auch im rahmen der impfung auftreten wir haben das aber früher schon natürlich gesehen bei der boryose das war dann post leim was es ja offiziell nicht gab interessant dass es jetzt post kovid gibt aber post leim gibt es nicht wie soll das funktionieren in welchem gehirn passt das denn nicht zusammen in meinem gehirn passt das zusammen deshalb waren wir nicht unvorbereitet auf post kovid und können natürlich mit den erkenntnissen aus post leim hier weiter arbeiten wir haben auch wenn wir jetzt weitergehen in den darmen diesen bhi bioenergetischen gesundheitsindex atp intracellulär mittel unter alle aktivität wir können ja heute die tollsten sachen bestimmen wir dürfen aber eben halt nicht vergessen dass das ja zum beispiel eine mitochondropathie ist ja nicht die ursprüngliche erkrankung ist ja eine primäre sondern eine sekundäre erkrankung wird aber immer wieder als primäre erkrankung gesehen wir sehen das nicht als primäre erkrankung wir sehen das als folge von das heißt alle sachen die hier unten stehen sind die folge wovon natürlich von den dingen die oben drüber passieren chronische infektionen sind die hauptursache dann haben wir wieder die bakterien die pilze die mykotoxine die viren natürlich auch und die klassischen parasiten und dann ergeben sich daraus sekundär die mitochondropathien die resorptionsstörung die nährstoffmängel denn die würmer sind ja mit esser und die anderen parasiten natürlich auch wir sehen zum beispiel bei der chlamydien infektion intracellulär die leute haben wahnsinns heißhunger auf schokolade auf süßes dann therapieren sie die nach drei bis vier tagen geht der heißung auf schokolade weg das können sie nachlesen alles in der literatur schon längst veröffentlicht entzündung der hormondrösen die sind oft beteiligt das heißt wir haben dann kortisolmangel schilddrüsen unter funktion und den ganzen ja das ganze theater will ich mal sagen bei den sexualhormonen die frauen haben keine libido mehr wir sehen denen fehlt das progesteron den fehlt auch das testosteron da brauchen die auch einen kleinen schuss von das sahnehäubchen sozusagen für die frau und beim mann ist es natürlich wichtig seine vitalität geht auch verloren weil wir eben durch die chronischen entzündungen insbesondere der hormondrösen durch die intracellulären erreger eben halt hier genau diese folgeerscheinung haben die wir nicht als primäre erkrankung betrachten dürfen sondern nur als folgen und dieser zusammenhang muss ein für alle mal klar werden ja wir haben natürlich auch die möglichkeit heute was weiß ich kalprotektin zu messen ist erhöht alpha 1 antitrypsin zonulin wird gemacht die dysbiose wird charakterisiert nach strich und faden sozusagen es werden wirklich die tollsten cocktails für probiotika erstellt das ist alles ganz toll wir sehen dass auch das sekretorische iga ist erniedrigt oder erhöht was steckt darüber die chronische infektion die störung des darm mikrobioms denn es gibt auch eben halt nicht nur durch antibiotika eine dysbiose sondern insbesondere und das sehen wir primär durch eine parasitose zum beispiel wir hatten ja über die einen parasiten gesprochen und die dominieren eben halt weil sie durch die evolution geschult natürlich sehr klare vorstellungen haben das sind die diktatoren unseres immunsystems und dann haben wir natürlich das was wir hinter messen können kaltprotektin und so weiter wir können dann sogar abstufen wie stark die entzündung der darmwand ist und dann wird das natürlich als katastrophale folge gesehen aber dann kann ich das nicht alleine dadurch korrigieren indem ich den leuten probiotika gebe das ist ein traum der sich aber leider nicht realisiert muss ich ganz ehrlich sagen chronische infektionen sind also das vergessen und völlig unterschätzte puzzelstück ich wurde mal von einer journalistin hier sehen wir den hinweis auf diesen artikel gefragt was machen sie denn eigentlich in ihrer praxis naja ich sage wenn sie mich so fragen ich mache puzzle arbeit am patienten und das hat sie dann eben halt auch hier in diesem falle im tagesspiegel als eine der großen tageszeitung berlins zur überschrift des artikels genommen wir sehen aber auch hier gleich was sie noch ergänzt hat weil ich ihr das alles erzählt habe auf dem ehebett sozusagen liegt dann gleich der hund und die katze zusammen die katze bringt die flöhe mit rein der hund hat die flöhe die katze hat die flöhe die flöhe gehen auf den menschen und dann geht es wieder los mit dem alten spiel wir haben jetzt eine übertragung von zoonosen und dann landet der vater in der psychiatrie der junge kommt in der schule nicht mehr mit und die mutter kriegt ihren haushalt nicht mehr zusammen die ehe geht in zwei die firma geht pleite und der junge geht von der schule ab der geht dann auf die sonderschule wer das so haben will der soll das weitermachen ich will das nicht mehr haben und deshalb sage ich gucken sich die ganzen puzzelsteine an machen sie nicht eine sache auf die sich fixieren wir machen alles vitamine aminosäuren mitochondrien mineralstoffe hormone omega-3 fettsäuren und 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 das ganze immunsystem die ganze autoimmunität und dahinter ist genau der puzzelstein der hier oben rechts ist chronische infektion mit bakterien bieren pilzen nur mal ein zähler ja die toxine spielen eine große rolle ich hatte es schon erwähnt und gehen sie genauso in ihrer praxis vor und schauen sie eben halt was möglich ich ich diagnostiziere also in meiner praxis keine seltenen erkrankten sage ich immer wieder sondern häufig erkrankungen die selten diagnostiziert werden weil uns oft diese versatzstücke des wissens fehlen wir hatten sie alle mal sie sind uns fragen sie nicht wie aber sie sind uns verloren gegangen wir müssen uns nur wieder auf das konzentrieren was längst da war und die neuen erkenntnisse natürlich mit der ganzen wunderbaren diagnostik ergänzen und wir haben hier heute ein eldorado von möglichkeiten wie kann es also sein dass chronische infektionen in der praxis häufig vorkommen meine patienten behandle ich doch erfolgreich ohne diagnose chronische infektion könnten sie jetzt natürlich entgegen halten ist klar wir sehen aber hier es gibt eine individuelle belastungsgrenze nach dem motto das fass ist voll wir sehen unten fast den elektrosmog die genetik die toxischen metalle quecksilber blei aluminium umweltgifte toxine ernährung fett im stuhl ist erhöht hatte ich eben darauf hingewiesen die fodk haben wir im kieferknochen drin crp ist erhöht giardia lamblia und wir sehen eben halt dass die bombe dann irgendwann mal platzen kann wir können aber die individuelle belastung können wir korrigieren wir können da ansetzen an der nieren nebennieren unterfunktion wir können ansetzen an der schilddrüsen unterfunktion wir können bei den nährstoffen ansetzen ja und das was eben halt dann wegfällt sind die entsprechenden mängel die beseitigt worden sind aber es bleibt die grundbelastung und das entscheidend wichtige ist eben halt dass man den sachen wirklich auf den grund gehen muss eben die zusammenhänge wieder herstellen und wir müssen nicht nur die symptome beseitigen sondern die ursachen finden und dann da ansetzen der tiefe das heißt wenn das fast überläuft durch die überforderung des immunsystems dann lässt sich das so einfach nicht in den griff bekommen nur dann wenn man den ursachen nachgeht und es ist noch wichtig dass wir eben halt begreifen und das bringe ich auch im kurs bei mir bei dass es große unterschiede gibt ich habe gesagt klar wenn ich ein restaurant denke ich jetzt an wien da war ich mal im imperial habt da einfach mal in kaiserschmarrn gegessen da habe ich gedacht ich bin in der neuen welt ich so was habe ich im leben noch nicht gegessen und wir sehen auch im restaurant in berlin da steht auch kaiserschmarrn auf der karte schmeckt also scheußlich im labor müssen wir da genauso unterscheiden wie bei den restaurants wir müssen eben wichtig wichtige teste kennen immunofluoreszenz teste sind für mich immer noch der goldstandard die sind abhängig vom antigen also was ist da an erregern drauf vom konjugat das ist der sozusagen die verbindung die hergestellt wird es braucht dass die erfahrung des personals es gibt heute kaum noch mtas zumindest auf dem deutschen markt die wirklich top sind wenige sind noch in der forschung vielleicht vielleicht im max bank institut oder einigen anderen forschungsinstituten die pipetieren können die mikroskopieren können die validieren können die einfach erfahrung haben die tausende von präparaten gesehen haben es geht um die beste technik es geht auch um die inkubationen die oft gar nicht richtig gemacht werden denn bestimmte temperaturen die im körper müssen erreicht werden wenn der test durchgeführt wird sonst wird der test im halt nicht richtig ablesbar und er zeigt eben auch nicht die antikörper die wir normalerweise finden und das ist eben halt was ich immer wieder bei meinen kursen sage es geht auch darum dass wir eben halt nicht nur im labor xyz die untersuchung machen sondern wir müssen halt differenzieren wie beim guten restaurant wir haben hier zum beispiel das deutsche chroniker labor die eben halt das machen das was wir seit 30 fast 30 jahren in unserem verein machen die nehmen die gleichen testsysteme die haben eben halt auch erfahrene mtas und auch biologen die da untersuchen auch bei uns im verein werden eben von biologen und mtas die untersuchung gemacht und die haben über jahrzehnte die erfahrung dann sehe ich eben wenn ich die beiden labore vergleiche hier habe ich einfach beim bartonella hinsettest egg negativ egm negativ und auch bei quintana die zweite spezies die wir häufig sehen bei unseren patienten dann den unterschied zu diesem labor was beim gleichen serum eben halt in diesem falle 1 zu 1024 teta produzieren kann dann weiß ich was ich mit dem patienten machen muss und wir sehen auch gerade bei diesen testen elisa was sie häufig sehen auf den bögen wenn sie mal nachgucken welches testverfahren wird eigentlich verwendet im labor dann sehen sie elisa den eier oder den clear das sind enzym immun teste ich habe die selber alle gemacht ich war ja 15 jahre im labor kann mir also dadurch ein urteil wirklich erlauben und habe die test auch selber entwickelt habe selber die protein chemie gemacht weil ich ja chemie studiert habe bevor ich medizin gemacht habe also das ist mir alles geläufig und wir sehen eben für diese teste für diese bakterien für diese intracellulinerreger die so dramatische folgen in familien und bei unseren patienten hinterlassen sind diese teste ungeeignet und deshalb verwenden wir die auch nicht in seltenen fällen gibt es mal ausnahmen deswegen sagen wir ift 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 das ist das entscheidend wichtige und wir sehen wenn wir eben halt manchmal den ift aus einem anderen labor bekommen der ist negativ dann sind genau die fehler von denen ich eben berichtet habe oft gemacht worden und dann fehlt es eben halt am know how oder an der erfahrung wie auch immer das muss geändert werden und sie müssen die entscheidung für ihre patienten treffen in welches labor sie senden und wenn wir mal so sehen den anforderungsbogen infektologie das was wir regelmäßig laufen lassen oben die barbesien über haben wir besprochen intensiv bachtunellen brutzellen dann die chlamydien spülen rolle helicobacter ist von extremer bedeutung wir sehen manchmal insbesondere wenn die weißen blutkörperchen niedrig sind anaplasma und ehrlich ja das sind überzecken übertragende erreger die intracellulär sind und den weißen blutkörperchen dann sind und dann reduzieren die die zahl der weißen blutkörperchen es gibt nicht so viele ursachen dafür das ist eine ursache die brutzella die zweite ursache und dann gibt es manchmal eben halt noch andere probleme wir sehen häufig aber brutzella als wirklich wichtige chronische infektionskrankheit meistens durch tierkontakte bei jägern aber auch bei kindern aber jetzt wieder brutzella infektion gehabt zum beispiel durch ein hund der in der kita eben ja die kinder eben geglückt hat weil er therapiehund war aber leider wurde er gebarft also mit rohfleisch gefüttert und dann war infiziert und die kinder haben ihn sehr eng geherzt und umarmt und haben sich dann eben mit brutzella infiziert brutzella karnis in diesem fall das ist die zählose des hundes mykoplasma ist für uns immer entscheidend ich hatte eben auch gesagt mykoplasma hominis ist sehr häufig bei neurodegenerativen erkrankungen zu finden manchmal auch beim parkinson oder auch bei der demenz toxoplasmose ist ein riesen kapitel habe ich heute nur gar nicht erwähnt eigentlich 50 prozent der deutschen bevölkerung sind mit toxoplasmose infiziert die haben alle alle aber auch alle ohne ausnahme haben die ein anderes psychoprofil das kann man nachprüfen da gibt es den professor pfleger in tschechien der hat das untersucht als psychologe also die infizierten unterscheiden sich psychologisch deutlich und zwar signifikant können sie nachlesen pfleger heißt der professor von den nicht infizierten urea plasma hatte ich eben erwähnt chronische infektion bei frau und bei mann wird fast überhaupt nicht diagnostiziert und die beschwerden sind so marginal die folgen aber so katastrophal dass man ihnen diesen erreger untersuchen muss deswegen läuft das bei uns routinemäßig fast alle patienten sind damit infiziert denn die urologen und auch die gynäkologen kümmern sich gar nicht darum nennen sie mir beispiel vielleicht ist das in österreich anders ich weiß nicht will hier auch kein angreifen aber das ist meine bittere erfahrung hier sehen ja hatten wir eben darüber gesprochen ja ja lamm ja sowieso macht uns nur dieses eine labor in ganz deutschland im moment schauen sie mal wer es in österreich macht ansonsten muss man eben halt auch hier dieses labor mal wählen und wenn wir die borrelien betrachten da gucken uns meistens eben halt über den blot die entsprechenden aktivitäten an und wir können auch die klare aussage die hier in ausrufungszeichen gemacht ist sagen es gibt keine borreliose ohne co infektion ich habe in meinem ganzen leben noch keine borreliose gesehen die als monoinfektion daherkommt und das macht eben das krankheitsbild nicht besonders klassisch und die pathogenomonischen symptome sind einfach nicht da und sie haben weder die rötung noch haben sie die ptosis die wir eben sogar bei riketzien gesehen haben das sind also alles dinge die finden sie nicht und deshalb muss man auch oft wenn die symptome eben keinen hinweis geben höchstens die exposition deshalb sage ich ja tun sie eben den bogen rein die exposition und natürlich die reise exposition ganz wichtig und dann können sie eben halt über die entsprechende labor diagnostik hier die dinge aufdecken und wir sehen hier zum beispiel auf der mittleren spalte die vermutliche geografische verbreitung der humanpathogenen riketzien da kann man sich mal in ruhe das ganze angucken wir sehen also wie verbreitet sie sind ich hatte gesagt es werden viele riketzien heute nach deutschland importiert durch die hunde gerade riketia felis ist dann jetzt in der letzten zeit wirklich bei uns hoch endemisch geworden und wir haben dann dieses ankreuzmuster wo wir die gruppen wenigstens abfragen denn innerhalb der gruppen gibt es noch einige kreuz reagierende erreger die dann eine rolle spielen aber wenn wir dann bei den riketzien die gs ankreuzen dann führt uns das oft direkt in die entsprechende chronische infektion und wir sehen also bei der standard anforderung wie das auszusehen hat kopfschmerzen fieber haut erscheinung immer wieder dran denken nochmal kopfschmerzen fieber haut erscheinung aus dem ausland zurück sofort an riketzien denken sofort mit doxycycline behandelt gar nicht erst warten viele dieser sachen auch rocky mountain spottet fieber aus kanada ist tödlich ja vorsicht ja und wenn sie einmal so einen patienten verloren haben und haben dann nicht daran gedacht dann werden sie an meine worte denken aber dann ist es zu spät und sie haben diesen makel den ganze das ganze leben auf ihrer seele ich möchte davon dringend abraten noch mal interessant für dieses labor und für uns ist das in der praxis von großer bedeutung man braucht nicht den patienten wieder neu einzubestellen wenn man irgendetwas nachfordern will entweder hat man im suchtest die positiven möchte wissen ob doch dabei bestimmten erregende aktivität im m-bereich da ist oder im a-bereich dann braucht man den nicht neu anzustellen oder einzubestellen und wieder neu blut abzunehmen bei uns sowieso unmöglich weil wir eben halt die patienten gar nicht einbestellen können die sind ja viel zu weit weg flugzeug lange autostrecken zugfahrten oder ähnliches ist da angesagt wir haben gar keine laufkundschaft die um die ecke kommt die kommen alle von auswärts das heißt wir müssen aus auf diese nachforderung verlassen können wir können also dann einfach den patienten kurz sagen wir müssten die und die sachen nachfordern der patient gibt sein einverständnis unterschreibt den schein und wir schicken den dann weg und das labor reagiert und holt dann aus dem depot sozusagen aus dem tief frier eben halt dieses serum wieder raus wird aufgetaut und neu untersucht man kreuzig das an auch das ist wichtig dass man vielleicht etwas vereinfacht denkt buren können grundsätzlich nahezu alle symptome verursachen daher teste ich bei all meinen patienten die borreliose bartonella habe ich schon gesagt ängste panikattacken aggression depression schmerzen und den fußsohlen vor allen dingen ganz charakteristisch krampfadern instabil habe ist instabile gelenke lernstörung bei kindern ganz wichtig vorher note 1 plötzlich nur noch drei wie geht das ja katze hat ihm den ganzen arm aufgekratzt dann schreibst du keine 1 mehr nicht jeder aber fast alle ganz wichtig uriaplasma urilytikum habe ich gesagt häufiger handgang brennen beim wasserlassen unerfüllter künderwunsch reizblase wenn das alles nicht da ist manchmal nur bei der sexualpraktik wenn die frauen die beine ganz hoch nehmen und der mann sehr tief eindringt dann tut auf einmal eben mal tun die bänder weh weil ja der uterus nach oben geschoben wird das ist manchmal das einzige für mich pathognomische zeichen ich frage das immer ja bei den frauen grundsätzlich und dann bekommt man sehr häufig die antwort und sie sehen dann immer das uriaplasma urilytikum positiv ist manchmal auch die chlamydien chlamydiatrachomatis hatte ich heute gerade wieder ein fall barbesia divergenz mikroti mikroti sehe ich fast kaum hatte ich schon erwähnt weil das bei uns nicht endemisch ist natürlich bei den reisenden ja wer aus bestimmten regionen auch amerikas kommt kann die haben oder auch manchmal zeckenbisse in skandinavischen ländern muss man also in jedem fall mit dran denken also wenn die barbesia divergenz mal nicht positiv ist bei nachtschweiß dann muss man auch mal die mikroti nachfordern das kann man dann machen also nachtschweiß luftnot brain fog muskelgliederschmerzen kopfschmerzen migräne ganz wichtig ja migräne habe ich sehr häufig bei barbesien aber auch bei bartonella habe ich da schon gefunden ein kontakt mit einer katze mit 14 jahren ein jahr später migräne bis zum 52 lebensjahr dann kam die patientin zu mir wir haben die katzen kratzkrankheit diagnostiziert die über so lange zeit persistiert hat haben die behandlung die migräne war schlagartig weg das muss man sich wirklich auf der zunge zergehen lassen ich hoffe sie machen das auch bald bei ihren migräne patienten jazinia interpolitica bei gelenkschmerzen hatte ich schon gesagt bereits schon gelenkprothesen vorhanden ja oder nein ich hatte einen patienten jetzt er hatte zwei knie ersetzt er hatte eine hüfte ersetzt und freute sich schon auf die nächste hüfte die ersetzt werden sollte ich sagen haben sie sich denn jemals oder ihr arzt gedanken gemacht mir in die ganzen gelenke wegfrisst wieso herr doktor ja ich sag es gibt vielleicht erreger die das machen das sind zum beispiel jazinien naja der hatte eine jazinie extrem bis zum anschlag und wir haben dann noch verhindern können dass die zweite hüfte ausgetauscht worden ist ja die haben die infektionen hat man genau besprochen wichtig achten sie auf die symptome wir lassen das eben halt auch immer mitlaufen machen dann auch gleich g und m finden manchmal auch manchmal kein g und umgekehrt also da muss man klein wenig aufpassen bei asthma grundsätzlich immer immer chlamydia pneumonia und mikroplasma pneumonia untersuchen lassen ich habe noch keinen asthp patienten gesehen seit ungefähr 20 jahren seitdem ich weiß was ein facharzt der lungenheilkunde in amerika gesagt hat dass eben asthma grundsätzlich durch chlamydia pneumonia und mikroplasma verursacht wird ich habe noch keine ausnahme gesehen mögen sie mir die gerne zeigen ich werde dann versuchen das gegenteil zu beweisen bei mir sind die asthmatiker alle spätestens nach einem halben bis dreiviertel jahr wenn die konsequent antiinfektiv behandelt werden vom asthma befreit und zwar auf dauer ja ich könnte ihnen viele beispiele nennen ich will nur darauf hinweisen dass sie wenigstens zwar das vielleicht nicht glauben aber dass sie das versuchen bei asthma patienten dieser infektion nachzuweisen und ich habe sie oft in kombination auch wenn sie dann die adäquat behandeln zum beispiel und oxytetrazyklin dreimal am tag über wochen und monate übrigens oder wiederholt in zyklen von sechs wochen dann ist das erstmal weg spätestens am halben müssen dreiviertel jahr ich garantiere ihnen das versuchen sie schreiben sie mich an wenn das nicht der fall ist oder macht sie gleich den kurs dann werden sie die vertieften kenntnisse hinter so beherrschen dass sie auch selber mit souveräner kenntnissen an die patienten rangehen mikroplasmen immer wieder müdigkeit müdigkeit und was ich eben hier nicht reingeschrieben habe der heißung auf süßes ja bei mikroplasmen und bei chlamydien ist das extrem sie behandeln und oder auch anstieg des cholesterinwertes wunderbar wenn sie eben chlamydien waren steht übrigens seit langem nicht mehr aber früher immer noch auf der seite des robert koch instituts rki.de da stand es bei chlamydien eben halt alleine durch die infektion eben die cholesterinwerte ansteigen sie therapieren adäquat und gehen die cholesterinwerte runter ohne änderung bitte ohne änderung der diät ganz entscheidend prozellen ist ein ganz widerlicher keim muss ich ehrlich sagen den die türken haben sehr sehr viel dazu veröffentlicht interessanterweise viel viel mehr als andere das macht daran liegen dass da eben zum teil geschächtet wird aus traditionellen gründen wo dann der junge die familie wie auch immer beteiligt ist also ein direkter kontakt mit dem blut auftreten kann ungeschützt und dann haben wir eine prozellose macht eine sehr 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 chronische infektion furchtbar mimix ms habe ich hier geschrieben neurodegeneration orthopädische beschwerden aneurysmen habe ich jetzt gerade wieder ein patient mit schweren aneurysmen brutzellose ja und ich habe leider sehr früh schon gutachten zu schreiben müssen etliche dutzend gutachten und diese leute hatten ein elendes leben 30 jahre krank bis dann der ganze körper inklusive der wirbel die eingesinnt hat waren zerstört waren und dann war es natürlich zu spät und ich musste das leider als gutachten beschreiben das hat mich morris gelehrt noch mal obwohl ich es eigentlich schon wusste aber diese gruseligen schicksale zu betrachten die man alle hätte vermeiden können deswegen sage ich noch mal seien sie motiviert kümmern sie sich um diese erreger was die anderen kollegen leider nicht machen sie werden ihre praxis voll haben auch wenn wir dann hinter in unserem netzwerk ihren namen stehen haben dann sagen wir in österreich geht dahin 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 wir haben jetzt schon eine kollegin die gerade in wien übrigens ihre praxis eröffnet sollten sie vielleicht mal vorbeischauen oder wer sonst noch in wien sitzt da sind es ja menschen genug die auch diese krankheiten alle haben die wird bald ist sich nicht mehr retten können vor patienten kann ich ihnen jetzt schon sagen weil wir haben auch viele patienten aus die schicken wir natürlich dahin toxoplasma gondi veränderung des risikoverhaltens also das sind die dann bei uns geblitzt werden weil sie zu schnell fahren nach dem motto ich muss jetzt schnell nach hause und so also die haben ganz anderes risikoverhalten wie das ja bei der maus auch ist denn die maus ist ja infiziert und die fängt dann an wenn sie infiziert ist mit der katze zu schicken hey katze heute schönes wetter und so weiter wo fährst du denn hin in urlaub und so und dann hat sie schon ihr leben verloren und dann ist der erreger nämlich genau wieder da wohin will nämlich auf der katze dann ist der kreis geschlossen über die evolution erlernt und das passiert uns natürlich so nicht weil wir uns ja nicht von der katze fangen lassen aber unser risikoverhalten ist nachweisbar messbar verändert und wenn man heute mal nach flensburg wo ja unsere verkehrssünder registriert sind gehen würde und würde sich da die namen was ja nicht erlaubt ist nehmen und die serien dann von diesen leuten abnehmen und würde dann eine wirkliche vernünftige untersuchung machen eine richtige studie zu toxoplasma gondi ich kann ihnen sagen 80 bis 90 prozent der leute die die geblitzt worden sind oder die geschwindigkeitsüberschreitung gemacht haben die sind aufgrund ihres veränderten risikoverhaltens eben deshalb in diese register gekommen also das wäre eine wunderbare studie macht natürlich keiner coxiella brunetti hat hier noch nicht erwähnt kuhfieber ist sehr häufig mit müdigkeit war mal müdigkeit verbunden war mal der erreger der als erster so auf die chronische müdigkeit hat hinweisen lassen aber noch mal chronische müdigkeit ist jetzt nicht das was ich durch coxiella brunetti habe als erkrankung also me cfs ist ja noch mal was anderes aber ich kann eben chronisch müde werden durch eine alte lungenentzündung die aufgrund einer einzigen bakterie die ich eingeatmet habe das ist einer der wenigen erreger die nur eine einzige bakterie brauchen um sie zu infizieren eine lungenentzündung zu machen kann ich also danach ein post kuhfiebersyndrom eigentlich bekommen wie post covid sozusagen und die leute werden dann nicht mehr dieselben sein solange sie eben nicht aufgrund ihrer noch mangelnden kenntnisse eben halt das chronische kuhfieber diagnostizieren mit den adäquaten methoden in den adäquaten labors nämlich mit einem ift und dann werden sie sehen dass sie da fündig werden und so kann man das rausbekommen also das investment in die eigene gesundheit muss ich manchen patienten sagen weil die sagen mein gott was kostet das ganze labor ist und bleibt das investment mit der höchsten rendite so persönlich meine einschätzung und ich hoffe sie können auch diese einschätzung teilen das ist hier mein arbeitsplatz an dem ich bin ich habe also etliche mikroskope leider komme ich heute kaum noch dazu diese laborarbeit die ich so sehr geschätzt habe zu machen aber sie sehen ich wälze auch in alten büchern denn die großen alten dermatologen parasitologen auch urologen und so weiter die haben uns noch sehr sehr viel meistens in büchern die von einer person geschrieben worden sind mit 1000 seiten hinterlassen gehen sie bitte auch in die alten bücher recherchieren sie nach gerade zur parasitologie und infektologie gibt es da viele dinge obwohl damals eben die methoden die wir heute haben von der pcr bis zu noch raffinierteren konfokalen mikroskopie zum beispiel gar nicht zur verfügung standen und das ist enorm was die eben halt dann so geleistet haben schon ohne das was sie jetzt hier sehen ein klassisches fundbild was wir sehen bei unseren patienten also nicht nur eine infektion was sehen wir hier die borrelia ist da nicht wir haben auch hier aus c auto surface protein sie wir haben hier den nachweis im immunoblot wir haben eine barbezien infektion wir haben eine bartonella infektion wir haben eine brucella kanis infektion mit einem igm immerhin von 1 zu 64 glauben sie denn dass dieser patient sich wohlfühlt glauben sie denn dass dieser patient konzentriert ist dass der nicht müde ist und dass der eben halt nicht möglicherweise panikattacken hat möglicherweise schon in der psychiatrie sitzt aber glauben sie dass die psychiater das rausfinden ich glaube es nicht denn ich kann ja auch meinen sohn befragen der ja die patienten kennt und langsam kommt er auf die spur seines vaters der ist nämlich auch bei mir schon im kurs gewesen also er ist auch schon aufgeweckt sozusagen und geläutert auch zum großen teil durch die erfahrung der mittlerweile in seiner praxis gemacht hat er hat eine schöne praxis in dessau in sachsen anhalt im osten der republik wir sehen hier auch einen typischen befund das könnte auch ihr patient sein chlamydia 128 positiv helicobacter positiv mycoplasma pneumonia positiv hv6 für uns wichtig auch wenn wir nur igg haben weil genau dieser virus oder dieses virus eben halt eine aktivierung des gerinnungssystems macht deswegen machen wir routinemäßig bei uns hv6 denn david berg das war der große mensch der große arzt der eben das größte gerinnungslabor der welt gegründet hat das labor hemex der hat uns die erkenntnisse verschafft über die hyperkoagulation also über die verdickung unseres blutes zum beispiel wie er schreibt über die anwesenheit von hv6 virus alleine dass wenn sie die mal durchgemacht haben die infektion kann das bedeuten dass sie müde werden durch eine hyperkoagulation die man übrigens mit klexane also mit einem hoch niedermolekularen heparin gut in griff bekommen kann hier geht es aber weiter riketia felis wir haben dann toxoplasma gondii wir haben urea plasma urea lyticum wir sehen ja interpolitiker das sind die täglichen bilder die wir haben wenn man denn nur so bereit ist diese teste durchzuführen und eben halt diese positivität nachzuweisen und wenn sie das ganze dann auch mal auf dem anamese bogen nachverfolgen wo die exposition waren sie kommen immer darauf wenn sie aber glauben dass in die berührung mit einer katze oder das kratzen oder das beißen einer katze eines flohs mit dem zweiten und dritten lebensjahr mit dem 40 und 50 lebensjahr nichts mehr zu tun haben kann dann sind sie auf dem holzweg dann müssen sie sich wirklich noch mal bilden lassen in dieser sache denn diese chronischen infektionen die intracellulären überleben jahrzehnte und persistieren im körper ich sage noch mal das haben sie in der evolution gelernt und wenn wir uns heute mit gesundheit und krankheit beschäftigen kommen wir um dieses thema nicht herum also schenken sie chronischen infektionen im sinne ihrer patienten mehr aufmerksamkeit als jetzt und geben sie ihnen den stellenwert den sie verdient haben im sinne ihrer patienten und sie werden das nicht bereuen was machen wir wir haben informationskanal wo sie sich informieren können wir haben auch ein newsletter wir haben hier die möglichkeit dass man das abscannen kann so kommt man also auch in die entsprechenden informationen ran wenn sie mein gesamtes konzept von abc erl erlernen möchten dann müssen sie sich eben halt in diesen kurs bewegen wo ich eben 50 jahre erfahrung in über 50 stunden eben halt nicht zu papier wie man das früher gemacht hat gebracht hat sondern auf video aufgenommen und das kann man natürlich egal wo man wohnt egal ob man auf hawai ist oder ob man eben halt in österreich in wien sitzt man kann sich das wunderbar runterladen man kann eben halt dann diesen kurs machen diese online fortbildung wir sind ja durch corona heute in die lage versetzt worden auch ausbildung von zu hause aus machen zu können ich finde das ist ein wesentlicher vorteil wenn es überhaupt einen gegeben hat es geht um die ursachen beseitigung statt symptomunterdrückung bei chronischen erkrankungen denn wir glauben nach wie vor und sie dürfen das auch glauben heilung ist möglich dass eine online fortbildung für ärztezahnärzte heilpraktiker und auch andere therapeuten und in meiner ausbildung zeige ich ihnen dass sich ursächlich hinter nahezu jedem chronischen krankheitsbild eben halt infektionen wie bakterien pilze wie und andere klassische parasiten aber natürlich letztendlich auch die toxine verbergen können und sie erlernen mein ganzheitliches diagnostisches und therapeutisches konzept von abc und es gibt auch ein kostenloses fachgespräch wo sie noch mal sich informieren können und worum geht es eigentlich ganz genau es geht um gesamtheitliches ich würde es jetzt nicht alles vorlesen gesamtheitliches diagnostisches konzept es geht um die chronischen infektionen die die gesundheit so massiv beeinflussen können und ohne unterwandern können eigentlich es geht um die hormonstörungen die mitochondrialen störungen wie man ja alle messen kann heute wunderbar es geht um die bedeutungsvoll die auswahl der richtigen labore die ich kurz erwähnt habe es geht um komplexe und scheinbar widersprüchliche laborbefunde die es zu interpretieren gilt mit einer erfahrung die sie bei mir auch lernen können es geht dann letztendlich natürlich um die entscheidung welche therapie sinnvoll ist und wir sehen mal hier den dr mit universitäts david kopensteiner aus tirol der sagt als vater und arzt den eigenen sohn zu retten ist so ziemlich das beste was einem passieren kann denn es ging ihm wirklich jahrelang nicht gut extrem schlecht will ich noch ergänzen schon nach wenigen wochen therapie hat er um ein vielfaches mehr kraft und energie sensationell allein für ihn hat sich die fortbildung schon gelohnt wir sehen auch sehr viel dass viele therapeuten sich selber betroffen fühlen wenn man über das thema redet und in ihren familien natürlich auch die patienten eigentlich haben die wir täglich in der praxis sehen und ich glaube das ist entscheidend wichtig lesen sich das alles noch mal durch sie haben hinter auch unbegrenzten zugriff auf das fortbildungsportal das ist ganz wichtig weil da die ganzen therapeuten sich täglich austauschen und eben halt ihre erfahrung dann die neue erfahrung oder auch teils die alte sind nämlich gute kollegen die ja top sind die selber ja gestandene ärzte sind und diagnostiker auch die große praxen haben aber sie haben dann noch mal ihr spektrum eben halt um das thema was ich heute vorgestellt habe erweitert wir haben eben halt in der praxis auch bestimmte ein arbeitsmaterialien auf die wir hinweisen wir haben eben in 300 seiten großes therapie handbuch an dem sie sich wunderbar orientieren können wenn sie sich noch anfangs unsicher fühlen mit den therapeutischen interventionen und es geht eben halt auch darum dass wir teilweise nicht nur das was ich sage sondern eben halt ergänzend auch zum beispiel biologischen zahnarzt dabei haben der zwei abende bestreitet zum beispiel und es geht auch darum dass wir natürlich weitere themen aus der anregung die eben halt kommt über die therapeuten oder aus eigenen ideen heraus oder manchmal auch orientiert an den patienten die wir haben organisieren und dann auch anbieten werden das ganz wichtig ja also der einstieg in die fortbildung ist jederzeit möglich wir sehen hier zum beispiel den wunderbaren kollegen dr mit dr mit dent michael rack der also die biologische zahnmedizin uns noch mal sehr sehr nahe bringt und ich finde das ist ganz entscheidend wichtig wir haben natürlich viele rückmeldung auch hier ich würde sie nicht alle vorlesen aber eine ist mir ganz besonders wichtig hier von kira kaufmann kommt sie sagt nämlich endlich eine fortbildung die viele offene fragen beantwortet die sich im laufe meiner 20 jährigen praxistätigkeit ergeben haben erschreckenderweise fallen mir immer mehr patienten ein die gestorben sind ohne dass nach chronischen infektion geschaut wurde deren symptomatik in der rückschau jetzt typisch erscheinen das finde ich ist wesentlich und wir haben viele kollegen die eben halt auch heute dankbar sind selber eben hier ist dieses zitat noch mal kira ist wunderbar die hat früh schon angefangen auch durch eigene erfahrung mit ihrer familie in düsseldorf eben halt erst mal hat sie eine ausbildung als wirtschaftsfrau gemacht dann ist die heilpraktikerin geworden und ist jetzt mittlerweile im ersten online medizinstudium ist fast fertig mit ihrer ausbildung also eine ganz wunderbare intelligente frau die eben halt ihre passionen letztendlich der medizin endlich umsetzen konnte anfangs war das alles nicht möglich aus verschiedenen gründen und jetzt hat es geschafft mit dieser online fortbildung die glaube ich in der universität leiden glaube ich läuft in holland so viel ich weiß sehr sehr teuer ist aber sehr sehr effektiv denn sie macht ja parallel noch ihre familie und parallel natürlich auch noch ihre heilpraktikerpraxis und studiert trotzdem noch medizin nebenbei ich kann nur sagen alle achtung ich glaube sie hat auch die richtigen worte gefunden die auch in meinen augen tief gehen und was haben wir noch zu berichten hier zur vertiefung des heutigen thema so ein blick in die online fortbildung erhalten alle teilnehmer kostenfreien zugriff auf die aufzeichnung des ersten fortbildungs abends das können ich ihnen gerne schauen sich mal an wie ich da in der fortbildung vorgehe es ist ein bisschen ähnlich wie hier aber noch mal präzise auf den punkt gebracht und diese kostenfreie zweistündige wissensinfusion stelle ich ihnen gerne zur verfügung können sich diese zwei stunden suchen sich einen ruhigen abend aus setzen sich vielleicht noch mit ihren kollegen zusammen oder mit ihren partnern vielleicht bei einem guten wein aus dem burgenland das sind gute weine wie ich weiß und das wird sich dann lohnen vielleicht können sie damit auch ihre durchblutung noch steigern denn oft haben wir ja probleme was eben halt die durchblutung angeht weil viele unserer patienten fast 80 prozent eine hypothyreose eine unterfunktion der schilddrüse haben macht sie noch so versteckt sein oft lässt sich das am tsh wird eben nicht finden und das ist schon der einstieg eben die pforte sozusagen durch die diese intrationellen erreger schreiten also mein wunsch ist dass die infektologie in ihrem gebühren stellenwert wieder anerkannt wird daher ist die weitergabe dieses vortrages sowie der link zum ersten fortbildungsamt ausdrücklich erwünscht und hier unten sehen sie auch die entsprechenden links zum beispiel wo sie da rankommen rolfjansen rossek.de schrägstrich fortbildungsvideo dann kommen sie da dran ja das war es das was ich ihnen heute abend mitteilen wollte ich sie werden mir gerade jetzt wieder ins bild gebracht so dass ich auch mit ihnen optisch kommunizieren kann ich hoffe es hat ihnen gefallen ich hoffe ich konnte ihnen anregungen geben und ich hoffe nicht dass sie nun gleich schon wieder wissen wer von ihnen selber betroffen ist oder möglicherweise von ihren verwandten wenn das aber der fall sein sollte dann beruhigen sie sich es gibt genügend wissen heute um diese dinge teils chronische prozesse erkennen zu können und dann adäquat zu therapieren vielen dank für ihre aufmerksamkeit wir haben ein sehr brem zum beispiel die form given vi zu rehabilitatem unserem diametre das bilico lozą die lob im hero y und das ist ein